Musik Hi, ich weiß, von mir hört man nicht so häufig, darum jetzt mal von mir ist Japan, die Zusammenfassung der letzten Folge. Wir stecken noch immer in der Gasse, in der man letzten Schüsse hörte und vermutlich eine Person mittels Skill-Munition entführt wurde. Als wir uns mal wieder in der Diskussion verstricken, wie das in der Neurals zusammenpasst, wurden wir auf das Unhöflichste von drei Menschen und einem Ork in der Aufmachung von Spikes unterbrochen. Entscheidend hatten diese herausgefunden, dass Japan mit den Falkens rummacht, die Ernstfeinde der Spikes, und wollte ihnen, durch mich, eine Nachricht zukommen lassen. Dem Gebaren der Menschen schienen sie folgenden Wortlaut zu haben. Ihr Falkens habt hier nichts im Gebiet der Spikes verloren. Gruß und Kuss, die Spikes. Glücklicherweise waren sie dumm genug, unsere Geheimwaffen in Form von Jojo und Sibylle laufen zu lassen. Jojo besorgte sich fix, ihre vertrotte Pumpgarten konnte, dem überraschten Anführer, erstmal ein Loch in seinen Pelz pusten. Sibylle beteiligte sich am Kampf mit dem Inhalt ihres Magens. Die restlichen Gangmitglieder machten sich mit Pippi in den Augen und der Hose auf nach Mami. Wir machten uns ebenfalls aus dem Staub und besprachen, ins Japans Lieblingskneipe Drift, das weitere Vorgehen. Aus dem Umstand heraus, dass mein Schwager Milan, Mann meiner Schwester Maria, ebenfalls mal Gangmitglied war und hier lebt, schlossen wir, dass er vermutlich Gunfist kennen könnte oder was denn hier los war. Also angerufen, herausgefunden, dass a. Milan ein Arsch ist und b. tatsächlich mal Kumpel von Gunfist, Aka Hoppe war. Von ihm haben wir aber auch erfahren, dass Gunfist gerne in einem Stripclub im Studentenviertel geht. Dass Milan eine eher schlechte Ehe mit Maria führt, sollte uns zwar übel aufstoßen, doch wie sehr es mit dem allem zusammenhängt, war uns jetzt noch nicht klar. Doch erstmal zu Gunfist, oder besser sein Skripto, namens Caramel Lounge, im Studentenviertel. Dort machen wir erstmal Bekanntschaft mit der Mietpolizei von Moskau. Diese sucht uns wohl bezüglich des letzten Runs, zumindest als Zeugen, eine Aussage zu machen. Ob Stiepern im Stripclub tatsächlich eine größere Vielfalt an Titten bekommt, die sexuelle Entspannung zwischen Stiepern, Jojo und Billy gelöst werden und was zum Teufel mit Stieperns Bruder los ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich sag euch jetzt, wie es war. Pass auf! Ihr seid Rinne gegangen, ihr habt euch nah zur Stage gesetzt, habt euch ein bisschen nackte Frauen angeguckt und die... Fünf Bromilla! Fettanille! Weiß nicht, vielleicht habt ihr euch auch was zu trinken bestellt, dann seid ihr jetzt arm und habt geguckt, was so in der Bar abgeht. Ja, ähm, wie ich gesagt hab, bevor jeder offline gegangen ist, ähm, liebster SL, äh, Sibylle dirigiert die Companions zum, äh, zu der Stage, damit wir quasi nah dran stehen, wo die Mädels trippen, setzt sich da mit den Leuten hin, bestellt einen Drink und das nächste Barmädchen, was da mit den Drinks kommt, wird angesprochen. Hi! Hi! Sag mal, ähm, du bist hier schon länger, oder? Äh. Naja, komm. Hier ist schon wieder so einer, die will irgendwas. Ja, genau, pass auf, ich such nach einem Freund von mir, wir haben uns letzte Nacht auf einer Party kennengelernt und ich hab nur gehört, dass ihr hier öfters im Club abhängt. Und, ähm, ich hab ein Bild von ihm und ich wollte nur wissen, ob du den kennst, ob der öfters hier ist. Ich muss den unbedingt wiedersehen, du verstehst doch, oder? Sag mal her. Stippie, schieb mir das Bild mal rüber! Zipp! Ah, da ist es hier. Was willst du denn mit dem? Hm! Du, der ist hot, Kleines, glaub mir, der ist echt hot. Ich hab den da gesehen, wo ich drauf ankomme. Wie gesagt, Gun Fist. Der hat, der hat einen Kinderarm, der hat einen, der ist, der ist, der hat einen Babypenis, ne? Also. Ja, aber der sieht aus wie... Ein Babypenis? Flacke übers Gesicht und fürs Vaterland, sage ich hier, Schätzlein. Da musst du noch drauf kommen, da bist du noch zu jung dafür. Sag ich dir aber, ganz ehrlich, ne? Ich hab da so einen King für und das passt schon, glaub mir, Hase. The zone has a new queen. Sie sieht dich an, als wärst du frisch aus der Anstalt entflohen. Das war auch... Das sind da Sache. Ja. Äh. Kennst du den? Verzeihung, sie hat einen echten, etwas seltsamen Geschmack, aber sie liegt mir schon die ganze Zeit am Mittelnohrmitte. Erlöst mich bitte, damit sie aufhört zu schwärmen. Der ist so süß. Oh. Wie getrockneter Fisch. Ähm. Mit Zucker? Ja, der, der kommt schon länger nicht mehr her. Wie? Echt nicht? Mensch, jetzt, jetzt ohne Scheiß, jetzt ruinier meine Arme doch bitte nicht. Der kommt schon länger nicht mehr her, der kann sich das auch gar nicht leisten. Jetzt holst du sie die ganze Nacht. Ja, äh. Der kommt aber echt schon lange nicht mehr her und der konnte sich das nicht leisten und wollte irgendwie rumstressen und einen auf Macker machen, aber keine Ahnung. Wie? Ich würde es mir an deiner Stelle echt... Was sagt, dass der so einer ist? Du glaubst mir ja nicht. Ich würde es mir an deiner Stelle echt nochmal überlegen, Ethien. Oh Gott. Was glaubst du, wie viele Stunden ich schon aus Offsie eingeredet habe und so? Nein, natürlich nicht. Der ist so lieb. Der ist so süß. Der braucht nur jemanden, der ihn zügeln kann. Ja, ganz bestimmt. Ich hab dir gesagt, dass das ein Arschloch ist, aber du glaubst mir ja nicht. Nee, der braucht nur die richtige, die ihn zügeln kann. Glaubst du mir? Und das bist du, oder was? Natürlich, ich hab die Grenze dabei. Ey, und dann hängst du wieder die halbe Nacht heulend bei mir auf dem Bett und frisst die ganze Zeit Eiscreme in dich rein und... Sie stellt die Getränke ab und geht weiter. Scheiße. Guck's. Ja, wenigstens Titten. Irgendwas Gutes muss man doch daraus ziehen. Hat er auf den Punkt gebracht, ne? Bruder weg, Vorladung halt. Stimmt, so weit war bis jetzt nur unser lieber Stefan gefickt. Jetzt sind wir alle. Von mir hat er mit der Sinn nichts gesagt. Du Spacke. Wollte ich es auch nicht haben. Was? Nee, nee, das ging schon an euch drei. Er hat ja eure, äh, von euch drei in die Sinn kontrolliert. Hast du nicht so gesagt. Okay. Verzeih, dann nehm ich mir das Recht raus, das, äh, umzuendern im Nachhinein. Rewind, Moment. Ah nee, dann müssen wir jetzt alles nochmal machen. Batman! Er konntet nur die beiden nicht leiden, aber du standst daneben. Scheiße. Okay. Und man wird ja keinen Ork nicht überprüfen. Mitgehangen, mitgefangen. Wie, der kann Sibylle nicht leiden? Was ist denn hier los? Außerirdisch. Er war halt der Typ von der Tanke, ne? Ich bin immer ein bisschen mürrisch. Was erwartest du denn? Oh Gott, hatte ich mal eine Idee. Nullst. Außer, na doch, ich hab noch zwei Leute, die ich fragen kann. Okay. Stimmt. Moment, Vicky weiß doch, oder? Du rufst Vicky an, ich ruf noch jemand anders an und dann finden wir den Kerl vielleicht. Vicky! Vicky, pass auf, sie reibt sich unter der Nase und viele Sterne kommen im Hintergrund. Bim, 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 bim. Stimmt. Ja, wunderbar. Dass du die Musik noch so kennst. Ich bin alt genug. Ja, ich auch, aber ich kann die Musik nicht mehr. Ja, du hast aber schon Alzheimer, du bist zu alt. Das stimmt auch wieder. Also, ja, hier. Vicky, hallo! Hallo, Foxy, was geht ab? Vicky! Was machst du? Alte Schleuder! Ich stehe, Hans, geht voll ab! Wo bist du denn? Weiß ich nicht mehr! Wie, weißt du nicht mehr? Ja, ihr Dingens ist schon unterwegs und der holt mich ab. Ihr Dingens! Fackel! Nee, nee, ne, Fackel, was willst du mit dem hier? Bleifuß! Ach, Bleifuß! Holte dich ab! Wo bist du denn da drüben von mir, Junge? Ich bin da ein bisschen lauter! Mann, lass mich schon fliegen! Steck dir mal den Stöckel in den Arsch, die Sau! Ihr habt keine, aber nächstes Mal! Nächstes Mal bin ich dabei, Schätzelein! Seh, äh, hier, Bleifuß holte ich ab! Der soll dich, sag, ähm... Kinders, wo soll der die denn hinbringen jetzt? Ach, die ist doch eh voll scheiße! Was ist denn los? Vicky, Vicky, pass auf, Schätzelein! Wir brauchen dich! Du bist die, du bist die Frau der Stunde! Ins Moonpipe! Wir treffen uns mit ihr im Moonpipe! Wir treffen uns im Moonpipe mit dir jetzt! Vicky, wir gehen in die Kirsche! Kirsche, Vicky! Wo ist denn das? Ich, äh, ich schick dir die Daten! Aber warum denn? Es ist so weit! Vicky, Vicky, jetzt, sei mal ein Kerl! Nee! Okay, sei mal ein gutes Luder! Nee! Ich schick dir Zappel! Biep, Biep! Oh, shit! Oh, Billy, du hast alles zerstört! Ruf du sie an! Jojo ruft Bile und Vicky an! Was ist los? Kuckuck! Geht's gut? Was willst du denn? Ey, es hört sich jetzt so an, als könntest du mich nicht leiden! Warum kannst du mich nicht leiden? Was hab ich gemacht? Ja, fickt euch mit Zappel! Ach, komm, ey! Lass doch den Panner mal irgendwo in der Gosse liegen! Wo er, äh, keine Ahnung, nein, eigentlich nicht! Eigentlich ist er ganz okay, aber... Du hörst, äh, wie im Hintergrund, dass sie anscheinend schnell irgendwo hinläuft! Nicht rennend, aber schnell! Moonpipe? Weg von Lärm! Was, Moonpipe, wirst du mich verarschen? Was willst du jetzt mit Zappel? Ich will gar nichts mit Zappel, verdammt! Ich wollte mich mit dir, Moonpipe, treffen! Du hörst es poltern! Offensichtlich ist sie gerade auf die Fresse geflogen! Alles klar! Äh, Moonpipe, was ist mit Zappel? Nichts ist mit Zappel! Der ist irgendwo, keine Ahnung, wo der ist! Gar nichts ist mit Zappel! Billy ist nur betrunken! Cheee, sagst du doch eher, es hört sich gar nicht so an! Ach nein, die ist nur besoffen! Ey, lass uns den Moonpipe treffen, okay? Comedy! Hast du es gehört? Na klar, komm ich ins Moonpipe! Okay, Adresse hast du? Na klar! Gut, sagst du, bleib, wo er hin soll, okay? Na klar! Okay, wir kommen jetzt auch ins Moonpipe! Ah, jetzt trinkst du dir eine Kirsche mit! Klar, gibt Kirsche dort! Juh, dann bin ich schon auf dem Weg! Gut, wir machen uns jetzt auch auf! Jo, Billy legt auf! Los, wir müssen jetzt ins Moonpipe! Seit wann legst du für Billy auf? Äh, nee, Jojo legt auf! Jojo hat ja nochmal angerufen! Scheiße! Ja, versaut! So kann ich nicht arbeiten, weißt du? Echt nicht! Billy! Einmal mit Profis! Wir gehen jetzt ins Moonpipe! Jojo steht auf und nimmt beide an den Handgelenken und zieht sie hinter sich her! Lieber SL, wir zahlen natürlich noch unseren Trink, stützen ihn runter und kommen dann natürlich aus dem Club heraus! Wir möchten nicht, dass uns irgendeiner hinterherläuft! Wieso sollte euch jemand hinterherlaufen? Keine Ahnung! Ich kenn das nur, dass wenn man nicht zahlt, einem Leute hinterherlaufen! Ich gehe davon aus, dass ihr zahlt, das wird doch eh alles bei der Bestellung schon abgerechnet, das ist alles WiFi, Junge, ihr seid in einem B-Gebiet! Niemand mag B-Gebiet! Wir schmeißen uns ins Auto, Jojo kann doch fahren, denn die hat die ganze Zeit nur Antialkoholisches getrunken und wir fahren zum Moonpipe! Auch wenn ich bis heute noch nicht weiß, was Antialkoholisches sein soll! Äh, alles was nicht Alkoholisches, nichts Ethanol- oder Methanol-haltiges, auch nichts Propanol-haltiges, nichts mit Ohl am Ende! Mist! Jetzt weiß ich's auch noch! Okay, ihr Vater hin, du hast es die große Ehre, sowohl das Moonpipe zu beschreiben, als auch den Barkeeper, als auch Vicky, weil du das nämlich kannst! Weil ich das nämlich kann, das Moonpipe! Das Moonpipe ist eine kleine Kneipe, was heißt klein, so klein ist sie gar nicht! Das Moonpipe, wenn man da reinkommt, besteht aus sowohl einem Sitzbereich, von der Tür aus rechten Teil der Bar, dann gibt es, wie gesagt, diese Bar und dann gibt es im linken Teil noch einen etwas größeren Bereich, wo man offensichtlich sowas ähnliches wie tanzen kann. Auf Konzertabenden wird ein, ähm, die untere Hälfte eines alten VW-Busses dort aufgebaut, das ist die Bühne, die kann man dann dort reinschieben, denn es hat einen zweiflügeligen Türeingang, von dem für gewöhnlich eigentlich nur die, äh, eine Seite aufgemacht wird, wenn man da reingehen will. Ähm, wenn dann dann mal ein Konzert ist, halt beide Seiten, damit man diesen abgesägten Teil des, äh, alten VW-Busses da reinschieben kann. Moment, Entschuldigung. Was denn? Einwurf, das ist doch Sashi-Spatz. Ja, klar ist das Sashi-Spatz. Das ist ja Sashi-... Oh mein Gott, crazy traffic lights incoming. Natürlich. Awesome. Außer für Jojo, die trinkt keinen Alkohol im Moment. Ähm... Doofe Sau. Ja, die muss halt gerade aufpassen. Egal, ähm, der Barkeeper des Ganzen ist Sascha. Sascha ist der Org, an dem ein Elf verloren gegangen ist, denn Sascha ist zwar groß, aber saumissisch mächtig. Man sieht zwar die Hauer, aber der Typ sieht irgendwie aus wie ein Hippie-Elf. Ähm, eigentlich ist es, wie gesagt, man sieht ihm das Orkische schon an, aber irgendwie, wenn man nur seine Statur sieht und seine Silhouette sieht, wird man sagen, das ist eine Ork? Niemals. Ähm, Sascha ist relativ chillig, irgendwie immer so ein kleines bisschen durchgeknallt und das Besondere an diesem Laden ist, wenn man einen Cocktail kredenzt, den der Barkeeper nicht kennt, dann kriegt man ihn umsonst. Den bestellt man und nicht kredenzt. Ja, meine ich ja, bestellt. Dann, äh, den der Barkeeper nicht kennt, dann kriegt man den umsonst. Und die Cocktailkarte dieses Ladens ist lang. Die Lade, die Karte der Drogen, der legalen Drogen, die man in diesem Laden kriegt, ist auch sehr lang, denn in diesem Laden kriegt man alles. Man kriegt Shishas, man kriegt alles an legalen Drogen, was irgendwie erhältlich ist, und das ist schon eine Menge, und alles an Cocktails, was irgendwie erhältlich ist, und auch alles an Alkohol, was irgendwie erhältlich ist. Das Ding ist, der Laden bedient eigentlich keine Gäste, die es wirklich hochpreisig wollen. Also so wirklich echten Alkohol findet man da nicht, aber ansonsten zumindest alle Kreationen, die man sich in irgendeiner Art und Weise vorstellen kann. Und wenn man ein bisschen mehr Geld hinlegt, vielleicht auch, naja, mal ein bisschen was, was nicht ganz so legal ist. Soviel zum Thema Moonpipe und der Barkeeper. Gut, ihr betretet den Laden. Es ist gerade, ähm, kein Konzert oder irgendwas. Der Laden ist, äh, nicht so gut gefüllt. Ich weiß gerade gar nicht, was für ein Wochentag ist. Irrelevant, der Laden ist heute nicht gut gefüllt. Ähm, das heißt, ihr seid die einzigen Gäste. Ja, gibt's hier Wodka? Sascha! Es ist halt Freitag auf Samstagabend, mein Freund, ne? Ja, ähm, die sind alle bei, äh, einem bestimmten Konzert von, äh, einer bestimmten Gang und, äh, bei, äh, Band, Gang, was auch immer. Und, äh, gucken alle die erste Episode von, äh, einer neuen Serie, äh, nämlich, äh, High Voltage und so. Deswegen ist da, äh, niemand drin. Fick dich doch! Okay. Nachher. Gut. Danke. Dann kam Hi Sascha. Äh, na, hallo, was, was geht ab? Eine Menge, deswegen sind wir doch hier, Mensch. Das ist super, ähm, hallo, äh, äh, ähm, Foxy, hey Jojo und, äh, hallo, Steppi. Hallo Steppi, ich bin der Sascha. Hi. Sascha, Spaß. Euch ist klar, ähm, wir sind schon mal ein Spaß. Dass wir die einzigen Gäste sind? Wo hast du denn deine Gäste gelassen? Nein, nein, euch ist, keine Ahnung, aber euch ist klar, dass wenn ihr heute die einzigen seid, dass ihr dann auch für, für zehn trinken müsst. What? Na klar, ich mein, äh, ne, also, irgendjemand muss es ja rausholen. Sascha kann ich auch für zehn rauchen, anstelle? Ja, äh. Also irgendwas, was mich wieder, ich brauch, äh, irgendeinen Upper. Mach mir mal irgendwas mit Upper. Wie wär's mit Wodka eh? Immer. Ne, 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 Steppi kriegt einen von deinen neuen Drinks, die du das letzte Mal uns serviert hast und er kriegt auch, also by the way, Steppi, das ist Sascha, Sascha, das ist Steppi, das solltest du eigentlich machen. So weit wärmer schon. So, genau, ich hab das verpeilt. Und, äh, mach dem mal einen von den Drinks, die du das letzte Mal gemacht hast, weil Crazy Traffic Light willst du haben? Und das ist das zweite, was er kriegt. Ne, der andere, ne, der andere, den willst du haben. Genau, genau, richtig, den anderen soll er haben und der kriegt noch ein Crazy Traffic Light obendrauf. Ich bitte diesmal nix mit Alkohol. Und ich brauch nur ein Upper. Also, Spezial, Crazy Traffic Light, ein Upper und das von dir hab ich nicht verstanden, Jojo. Na, irgendwas ohne Alkohol diesmal ist, äh. Versteh ich nicht. Guter Mann. Dann geh ich jetzt, mach's mir selber, so. Das hört sich blöd an, wenn ich das... Mach's dir mal selbst. Ich mach's mir selbst, so. Das will ich jetzt sehen, wie du was ohne Alkohol trinkst. Jojo geht hinter die Bar und gibt dich ne Cola ein. Boah, wie die das kann ohne Alkohol, krass. Ähm, jo, ich bring euch den Kram gleich rüber, das dauert ja ein bisschen länger, ne? Danke, Sashi. Jo, klar, alles kann ich. Du wirkst so müde, Sascha, was ist los? Nö, 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 ist eigentlich alles chillig. Okay. Hat Guso dich wieder die ganze Nacht wachgehalten? Nö, das ist eigentlich wirklich alles okay. Ich glaub, du, du sehst mich vielleicht nur das erste Mal nüchtern und ihr ist gar nicht aufgefallen, dass, äh, ja, es halt immer so ist. Ich seh dich das erste Mal nüchtern, das glaub ich nicht. Nö, ich glaub das aber schon. Dass ich dich das erste Mal nüchtern seh? Was bist denn du von Alki? Wo ist Guso? Ist Guso hier? Guso? Nö, der ist nicht hier. Okay. Weiß nicht, was der grad macht, aber ich hab irgendwas gehört von wegen Hungerstreik. Oh, die, die. Okay. Ach ja. Das hört schon wieder auf. Sobald er Hunger hat? Nö, nö, so schnell nicht, aber irgendwann hört er dann damit auf und dann gibt's einen Burgerstrike. Streik, äh, Streik. Streik. Jo, ihr setzt euch hin, er bringt euch, ich mach das jetzt mal kurz, ne, er bringt euch Getränke. Für Flummi, die hat ja schon ihre Cola, Billy kriegt irgendwas, was aussieht wie Vodka E. Awesome. Ähm, Steppi bekommt einmal Crazy Traffic Light, das kann Dysgleich beschreiben, und ein schwarzes Plastikbecherchen mit einem Verschluss oben, also das Ding ist quasi komplett abgedichtet. Da steht auf dem schwarzen, äh, welcher steht Spezial. Ich find das toll, wie Steppi sich nicht wehrt. Kommt drauf an, ist da Vodka drin? Äh, ist Wachs in unseren Händen. Crazy Traffic Light war was? Äh, Crazy Traffic Light ist ein Mix aus Strohrum, Absünd, äh, 77 und einem Getränk, was oben drauf kommt, was nach Zimt schmeckt, was 40% hat ungefähr. Und das gibt's wirklich, Strohrum, Frauenzeug, fick dich. Wir trinken das an der Tischrunde, dann will ich nicht sehen, wie dir die, 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 wie es dir so aussieht. Wie gesagt, ich bin Anti-Alkoholiker. Ja, das wollen wir mal sehen, nach der Tischrunde. Da wird das Anti-Weggestrichen, mein Freund. Da wird ein Auto draus, ich bin Auto-Alkoholiker. Das hat leider keinen Sinn. Außer er produziert nach der Tischrunde selbst Alkohol in seinem Körper. Naja, er hat einfach irgendwo Alkoholreservoirs nach der Tischrunde und da wird dann nach und nach immer so ein bisschen von freigedingst, also ausgedingst. Ihr wisst, was ich meine, freigesetzt, so das Wort. Ausgegast? Das vielleicht auch. Jetzt warten wir auf die, ne? Ach ja, gleich kommen übrigens noch irgendwer, vielleicht sogar zwei Leute, weiß ich nicht, wie viele kommen. Auf jeden Fall ruft es Japan über VW. Geh mal einen Wodka zu, runterspülen hier. Ja, du, ich würde das mal spezial kosten, aber klar, ich mache dir erstmal einen Wodka. Aber sag mir auf jeden Fall mal, wie es schmeckt. Ich habe immer noch keinen gefunden, der mir wirklich, also der wirklich sagen konnte, also dem ich glauben kann, also nee, ist egal. Du glaubst mir nicht. Ich bringe dir gleich einen Wodka zum Nachspülen. Du glaubst mir nicht. Er geht schnell weg. Sascha. Er bringt einen Wodka zum Nachspülen. Sascha, ich komm nicht da her, ich bin nüchtern. Da drüben, die Gäste, die wollen gerade irgendwas. Welche Gäste? Die sind heute schon den ganzen Abend so nervig. Ich muss da mal rüber, sorry. Welche Gäste? Welche Gäste? Du lügst. Er ignoriert dich gekonnt. Die Sau. Während er mit imaginären Gästen zur Rechten spricht. Der ist so gemein. Ja, es könnten imaginäre Gäste sein. Ich meine, Aja und so. Siehst du, hier soll ich auflegen oder was, ey? Pff. Ey, Penner. So, hier, runter, Steppy damit. Ja, zuerst, weil der Traffic Light war. Sobald ich mich entsinnen konnte, schmeckte der nach allem und gut und brannte. Ja, wer ständig Wodka trinkt, der müsste das auch gebacken kriegen, oder? Naja, Stroh ist halt nochmal ein bisschen eine Ecke anders als Wodka. Stroh oben hat halt wirklich 80% Umdrehung und Absinth oben drauf mit 77. Das richtige Zeug, das burnt halt wirklich, ne? Es wird warm in der Magengrube. Ja, das geht gut. Es wird sehr warm. Wie gesagt, darauf dann noch der Wodka. Das geht nicht alleine. Und dann das Schwäche. Das wird lustig, weil wie viel hat das? 99%? Naja, also sagen wir es mal so, wenn du da den Deckel oben abmachst, kommt eine dampfende, also kommt grüner Dampf erstmal raus und du hast so eine sirupartige Flüssigkeit auch. Nee, die war glaube ich durchsichtig, nur der Dampf war grün. Ich glaube, ich hätte mir etwas von dem Wodka aufspannen sollen. Oh ja. Ja, natürlich probiert er erstmal. Das ist ein Rock. Konsistenz ist so, Entschuldigung, die Konsistenz ist so halt so karamellisiertes Zeug. Es schmeckt süßlich herb, aber mit so einer Note verschiedenster Gewürze und ist sau lecker. Also es lässt sich halt ein bisschen schwer trinken, weil halt, ne, ist dickflüssig, aber es ist richtig lecker. Kriege ich das mit meiner 6. 6. Kunstige Backen? Dann ja. Mit dem Wodka von vorher, meinst du? Wenn du fertig mit dem Ding bist, wird es, wird es schon eine harse Angelegenheit. Aber es schmeckt halt bisher noch richtig gut und das Zeug braucht ja ein bisschen zum Wirken. Ich wollte gerade sagen, alles was gut schmeckt, ist Frauengesäff. Hey, Wodka ist doch auch lecker. Kein Schimmer. Oh mein Gott. Raus aus der Runde. So, ähm. Was wollte ich jetzt? Genau, was wollte ich jetzt? Das wollte ich jetzt. Vicky warten. Genau, du nippst halt ein paar Mal. Okay, es schmeckt lecker, damit ist es Frauengesäff, das ist natürlich sehr schade. Dann betritt Vicky die Bar, die Flumme jetzt auch nochmal beschreiben muss, weil die das, wie gesagt, kann. Bild im Co-Sketch. Das ist gut, sonst müsste ich nämlich, hätte ich das jetzt echt irgendwie nochmal außer Dingens schicken müssen. Genau, Vicky. Vicky ist eine junge Frau von ungefähr Mitte 20 mit roten, langen, geflochtenen Haaren, einem etwas überschminkten Gesicht, mit einigen Piercings verziert, die sich dem Steampunk-Stil verschrieben hat. Sprich, sie trägt gerade eine Corsage, eine entsprechende, naja, so eine Art Netzbluse darunter, einen Hut, so eine Art, naja, was ist denn das für eine Kappe? Sieht so ein bisschen aus wie so eine Polizeikappe, nur nicht in grün, sondern in einer... Ist das eine Butchkappe? Ja, von mir aus, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, ich kenn mich doch mit sowas nicht aus. Dann hat sie eine Pilotenbrille dazu an und trägt allerlei, ist eigentlich mit allerlei Schnickschnack verbandelt, hat oft ein Grinsen auf dem Gesicht und ansonsten eigentlich ganz normal, wenn man so von, naja, eigentlich ist sie normal, weil auch der Steampunk-Style ist relativ normal in dieser Zeit. Und ich find, die hat noch irgendwie so ein ganz schön, die hat ein ganz schön rundes Gesicht irgendwie, ne? Ja, sie hat ein extrem rundes Gesicht. Baby-Speck. Quasi, im Gesicht. Kabäm. Dankeschön. Sie kommt reingetorkelt, die Mütze fliegt ihr mit seiner Brille runter, sie hebt es auf und stopft es irgendwie in ihre Umhängetasche. Blickt sich um. Vicky! Ja, hallo, was geht denn hier? Jo, Jo, kommt auf Vicky zugelaufen und umarmt sie. Jo, sie ist nicht viel größer als du, das heißt, ihr fliegt um. Okay, wir fliegen um. Pam. Wo hast du nur deinen Macker gelassen, Mensch? Was denn für ein Macker? Na, hier, wie heißt denn der Bleifuß? Ja, sollst du mich doch nur bringen, wo ist denn meine Kirsche? Jo, Jo, läuft zur Bar, also steht auf, rappelt sich auf und läuft zur Bar. Steppi, wir brauchen ganz dringend ne große Kirsche. Äh. Äh, nicht Steppi, sondern Sascha. Achso, achso, schlimm ist das schon, wenn du nicht dann bist. Äh, Jo. Wirklich? Ja, wirklich, ganz, ganz dringend. Also, von dir weiß ich es ja, aber hat die da, hat die Familie, ich meine, hat die... Kirsche. Hat die noch was vor mit ihrem Leben? Kirsche. Jetzt echt? Ihr Leben ist vorbei, Kirsche. Ja, scheiße, dann muss es die Kirsche sein. Eine große Kirsche. Naja, gib dir halt eine 0,75 Liter Flasche. Alles klar. Äh, ich möchte bitte noch ein Glas Kirschsaft für mich. Das hab ich, also, nee. Wieso, nee? Ausziehen. Was soll denn das jetzt? Du nimmst dir für zwei, drei Leute so eine Kirschflasche? Ich will nicht, dass du mir irgendwie alles vollkotzt, du kannst schön mittrinken. Geht nicht. Jojo ist schwanger, das ist viel wichtiger. Richtig, Jojo ist schwanger. Und was hast du da jetzt vor mit so schwanger? Was soll ich, was hab ich jetzt vor? Ja, ist doch scheiße. Pff. Weiß ich noch nicht, hab mich noch nicht entschieden, was ich damit vorhab. Aber da kann man doch heute was dagegen machen. Natürlich kann man da was gegen machen, aber ich weiß noch nicht, ob ich was dagegen machen will. Was? Aber du meintest doch immer, du willst hier dein, war doch mal, letztes Mal hast du noch gesagt, dein Uterus bleibt sauber oder sowas. Nee, besetzt. Oder war das von dem Typen, der meinte, dein Uterus ist besetzt? Ich weiß es noch nicht genau, das muss ich noch ausfinden. Ja, scheiße, Junge, das geht doch nicht. Warum? Na, hier hast du erst mal, hier hast du erst mal deinen Kirschsaft. Danke. Vicky lehnt sich über die Bar, versucht Sascha zu fixieren. Äh, ne? Äh, du weißt doch, dass sie dich grad voll verarscht. Ich will sich bloß drücken! Ich will sich drücken um die Kirsche! Jojo kann sich ein Grinsen nicht ganz verkneifen. Äh, jo, ähm, ach, armer Quinny, der hier dauernd fliegt. In jedem Fall, Sascha guckt, ähm, Jojo böse an. Jetzt guck nicht so! Och komm, Sascha, du kennst mich lang genug! Äh, naja, aber es gibt einfach Sachen, da machst du keine Witze, du, wenn du jetzt kommst. Was, schwanger zu sein, das ist nicht witzig? Nee, das ist echt nicht witzig. Warum ist denn das nicht witzig? Das ist nicht witzig. Warum nicht? Nee, es gibt einfach Grenzen, weißt du? Aber das wär doch nur ein Blach! Warum ist denn das jetzt schlimm? Nee, das ist, nee, da gibt's echt, nee, au! Tut mir leid! Also, ich wusste nicht, dass ich dich damit jetzt an den Karren pinkel! Nee, ist ja gut, aber... Entschuldigung! Nee, ist ja auch... Nein, ich bin nicht schwanger, aber... Ist ja okay, du trinkst ja jetzt die Kirsche mit. Nimm dir den Saft wieder weg. Nee, aber ohne Alkohol ist grad mein Ernst, ich hab dafür meine Gründe. Na, dann kannst du Wasser kriegen. Von mir aus auch Wasser. Früher gibt dir halt ne ganze Flasche Wasser. Alles klar. Ja, aber Vicky nimmt dir das nicht ab. Was nimmt Vicky mir nicht ab? Dass Wasser ne Kirsche ist. Wasser ist keine Kirsche, aber ich darf grad keinen Alkohol trinken und es ist wichtig. Vicky, äh, sucht erstmal grad die Toilette. Gut, bei Jojo zeigt dir die Toilette. Ja, sie geht auf Toilette. Ja, dann geht Jojo wieder raus und nimmt sich dann wieder den Kirschsaft damit... ...und kippt dann, äh, hier dingens Vicky auch schon mal was ein und allen anderen auch schon mal was ein, damit Vicky denkt, dass Jojo auch Kirsche mit trinkt. Stopp, ich trink keine Kirsche. Das Zeug ist ekelhaft. Du musst jetzt... Einen für das Team, oder was? Einen für das Team. Okay. Ganz ehrlich, du hast schon so viel gesoffen, dann peilt das jetzt auch nicht mehr auf. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie das Zeug auf mich wirkt, was ich da bestellt hab. Ähm, na, Wodka-E kennst du doch, ne? Äh, nee. Na, Energy und Wodka. Ach so, ja, okay. Es ist nix Besonderes, es ist einfach nur Energy-Drink und Wodka-Rinne. Zucker, Koffein und ne Menge Alkohol. Wirkt also gut und schnell. Ja, kann ich mitleben. Also ich mein, es haut dich jetzt auch nicht um oder so, es ist halt ganz, ganz normal. Zusammen mit dem Jägermeister. Ganz normal. Mhm. Wie immer. As usual. Jo, äh, Vicky kommt irgendwann wieder. Nimmt die vier Gläser, auch Jojos. Kippt das Wasser da raus. Jojo hat ja noch die Kirsch... Hat den Kirschsaft doch noch. Nee, der wurde ihr doch abgenommen. Ach so, hat er ihn dir wieder abgenommen, das ist ja scheiße. Na gut. Kippt in die vier Gläser Kirsche. Also so die Hälfte in die Gläser und die Hälfte auf dem Tisch. Okay. Dann guckt sie euch erwartungsvoll an. Jojo nimmt das Glas. Äh. Sibylle nimmt auch das Glas. Nicht ihr Schnacken, Kopf in den Nacken. Jojo tut so, als ob sie trinkt. Das hab ich gesehen. In der Zeit schüttet Sibylle das Glas hinter sich aus. Das hab ich auch gesehen. Sie wüscht sich mit dem Handrücken, äh, dem, die Mundwinkel ab. Was ist denn mit euch los? Erst holt ihr mich in ne übelste Gum-Location und dann trinkt ihr kein Gum-Location. Was heißt keine Gum-Location? Nee, ist schon nix los. Ja, es stimmt leider. Ich weiß auch nicht warum. Aber normalerweise ist hier echt ne Menge los. Keine Ahnung. Ähm. Nicht heute. Heute offensichtlich nicht. Nein, ich kann im Moment kein Alkohol. Es geht wirklich nicht. Warum denn nicht? Führt jetzt zu weit. Geht einfach nicht. Ja gut, ist okay. Ich muss dringend noch was erledigen und dafür muss ich nüchtern sein. Na gut, alles klar. Und dann gehen wir jetzt noch irgendwo hin, wo Party ist oder was? Klärchen? Ja, und wohin? Ähm, bäm, 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 bäm. Wonach ist denn hier? Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich werde bald umfallen. Das heißt, wir gehen irgendwo hin, wo du erst mal Party machen kannst und wo es dann auch egal ist, wenn du umfällst, ja? Ja, ich glaube, dahin komme ich nicht mehr. Ah. Das heißt, wir rufen gleich deinen Macker an und der soll dich dann abholen. Was ist denn für ein Macker? Ich komme auch überall, ich komme rüber. Na, bleib ruhig. Was ist denn für ein Macker? Was nicht, bleib, bist du nicht mit dem irgendwie komisch geringe Ding? Was glaubst du denn? Hör mir doch mal zu. Ich komme überall hin, aber ich mache jetzt, ich dachte, hier ist noch tierisch was los. Ich mache jetzt hier mit euch noch ein bisschen Party und dann muss ich dringend weg. Okay. Äh, hier, sag mal, du kennst doch Gunfest, oder? Ja, wie jetzt? Ich dachte Party und nicht Arbeit. Ja, beides. Also auch. Eigentlich Party, aber ein bisschen, ein bisschen kurz nur. Ja, na gut. Ist ja okay. Kann ja mal vorkommen. Ah, nein, du weißt doch, wie es ist. Ja, ja, erzähl doch mal, der Ganfis. Wo finde ich denn den? Nee. Nee? Wat? Frag mal... Wesenlich. Frag mal... Sie wirft Billy einen bösen Blick zu. Frag mal Zappel von wegen Kodex. Von wegen wat? Kodex. Kodex. Ich würde auch dem Ganfis nicht sagen, wo ich euch finden kann und ich würde auch das anderen Leuten nicht sagen. Es geht nicht. Das machst du nicht. Ah, na gut. Sehr gut. Eigentlich hat sie ja recht. Eigentlich ist sie ja gut. Zappel hat mir da ein bisschen was drüber erzählt. Eigentlich ist das schon richtig so. Macht, das machen die wenigsten. Aber, weißt du, das ist scheiße. Hm. Ja, ist ja richtig. Ich hasse ja recht. Pass auf. Ähm, nach welcher Mucke ist denn hier? Äh. Ja, Mucke! Wo... warum ist denn hier keine Musik? Was willst du nur haben? Machen wir alles an. Was willst du nur haben? Na, hier... ähm... Alles. Gut. Jojo geht hinter die Bar und macht Mucke an. Jojo-Musik. Gut. Die Antwort. Oh ja. Ah, thank you, freaky. War das nicht I think you're freaky? I think you're freaky, yes, you're right. Gut. Jo, ähm... Man geht mit Wikiparty machen. Man geht ein wenig tanzen. Richtig. Das heißt im Wesentlichen sie ab und zu mal auffangen. Richtig. Tür ab. Eigentlich schmeißt sie ein bisschen durch die Gegend und fangen sie auf. Flipper. Quasi. So zu sagen. So zu sagen. Und irgendwann verzieht Ujo sich mal ganz kurz und geht mal Matryoshka anrufen. Die ich immer noch nicht aussprechen kann. Verdammte Axt. Die Muddy meinst du? Richtig, die Muddy. Jo, also als du dann so ungefähr um ein halb zwei Matryoshka anrufst, geht sie natürlich nicht ran. Ähm. Na gut, da muss ich da glaube ich morgen früh vorbeifahren. Verdammte Scheiße. Hm. Leute, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir an den Kerl rankommen. Irgendwie. Ich muss morgen früh nochmal telefonieren. Vicky stolpert zu euch rüber. Vicky. Vicky. Legt die Hände auf den Tisch. Ey, Leute. Hm? Was folgt ihr denn überhaupt vom Gunfist? Der ist total unberechtbar. Mit dem könnt ihr euch nicht einfach anlegen. Wir legen uns doch gar nicht mit dem an. Würden wir doch nicht tun. Pass mal auf. Ich habe übrigens deinen Namen vergessen. Sie deutet auf Steppi. Das ist Steppi. Pass mal auf. Also mit dem, ne? Natürlich stehe ich auf den. Der riecht nach Frittenfett. Siehst du? Deine Chance, Steppi. Entschuldigung, Steppi. Mit dem könnt ihr euch nicht einfach anlegen. Mit wem? Mit Steppi? Mit Gunfist. Ach so. Ja genau, mit dem Gunfist. Warum nicht? Was war denn, vor allen Dingen, was war denn das letztes Mal? Was war denn da los? Da rufst du mich an. Kennst du den und den, den Gunfist und so und bla? Und dann einen Tag später, ja? Ist da übelst da Radau und Juschnoi mit drei Leuten, die da irgendwo rauskommen? Und einem Org und einem Norm, zu dem ich mich auch gefragt hatte, die da irgendwie auch was zu tun hatten. Na mitschen, so, was, ey, so auffällig, ne? Ey, jo, jo, ey, ne? So auffällig. Ey, so auffällig kannst du die Leute einfach nicht ausfragen. Das hat doch geklappt, ich hab doch rausgekriegt, was ich wollte. Ja, wenn, wenn es nicht ich wäre, wenn du jemand anders vielleicht gefragt hättest, der hätte ja sofort, du wusstest, dass du da volle Kanne mit drin hängst. Und wenn es nicht so nett da ist, wie ich nett bin, weißt du? Ja. Das kannst du nicht machen. Das war so nicht geplant. Das ist nie so geplant, wie es am Ende kommt, aber, ey, ne? Ey, so auffällig, das geht nicht. Ja, tut mir ja leid, du hast ja recht, das ist halt, naja, du, wenigstens warst du's, Vicky. Es ist halt irgendwie blöd gelaufen. Das sieht schon aus, aber, ey, wenn ihr, vor allen Dingen der Gunfist, hm? Ey, der Gunfist, der hat, der hat richtig Bock, hat richtig Bock, die Leute, die er jetzt verantwortlich macht hier, für das es schief gelaufen ist und dass sein Kumpel da tot ist. So, die drei Leute hat ja richtig Bock, alles zu machen, hab ich gehört. Und jetzt wollt ihr noch zu dem hinrennen, oder was? Wer, 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 wer sagt denn, dass wir das waren? Vicky, jetzt mal, Vicky, du kennst uns doch. Jo, deswegen, ja. Ah, das weiß doch der Gunfist nicht. Ne, der weiß das nicht, aber wenn ihr jetzt noch zu dem hinrennen, dem Stress machen wollt. Jo, willst du Stress machen? Nein. Mich ja auch nicht. Ja, was wollt ihr denn von dem, außer Stress, das ist Gunfist. Na, wenn der was weiß, was vielleicht wichtig für uns ist, dann, ähm, guck dir den nochmal an, der kann doch gar nichts wissen. Und wie gesagt, ich, also ich kann euch halt nicht sagen, wo er zu finden ist und ich kann niemandem sagen, wo ihr zu finden seid. Aber wenn der irgendwie noch rumguckt und irgendwie rauskriegt, dass ihr vielleicht was mischt, Alter, das wäre richtig übel. Ich sollte mir überlegen, bei Zappel einzuziehen, sagt sie in ihren nicht vorhandenen Bart hinein. Ne, der Typ ist, ist ja hohl wie sonst was. Der findet euch ja nicht einfach so aus, er geht jetzt halt hin und macht richtig Stress bei dem. Hm. Ja, du hast ja recht, Vicky. Hm. Passt schon. Aber danke, danke für deine, für deine Hilfe. Ja, immer so. Na, aber das heißt, immer doch, so immer doch ist das gar nicht, das macht ja nicht jeder. Ich sag ja auch, hier ist Party. Klar ist hier Party. Ist ein bisschen. Siehste, wir machen jetzt Party, komm. Nee, mir ist schlecht, ich will nicht mehr, nicht mehr, ich will nicht mehr tanzen. Sollen wir, sollen wir, sollen wir wen anrufen, damit du irgendwie nach Hause kommst? Ich komm überall allein hin, hab ich gesagt. Ey, Steppi. Ja? Hast du Lust, mich wohin zu fahren? Hast du ein Auto? Natürlich hab ich ein Auto. Ich kann aber nicht mehr fahren. Hast du Lust, mich wohin zu fahren? Du kannst es doch scheiße. Ich kann doch fahren, soll ich dich irgendwo hinbringen? Warum soll ich nicht irgendwo hinfahren können? Weil du stockbesoffen bist. Ich hab gesehen, was du getrunken hast. Mit meinem Auto ist es mir egal, wie ich bin. Hauptsache, sie weiß, wo sie hin will. Ach so, stimmt. Okay, dein Auto kann das ja. Okay, gut, er kann dich fahren. Mein Auto ist geil, verstehe das doch eigentlich. Wir haben aber immer noch keine Hasenohren angebaut. Scheiß-Check-Rammit, dein Auto ist nicht geil. Das ist geil genug. Nix gegen die Mostrans Echo Cars. Die sind unterschätzt. Die sind überschätzt, genau. Die sind unterschätzt. Überschätzt, sag ich doch. Mädchen! Kassen, Sonntagsfahrer. Oh, oh. Der ist aber zu, Junges. Ey, Billy, komm, wir machen jetzt für die beiden einen Todesring zu zweit. Du und ich. Nee, lass mal. Mit dir immer zusammen, Vicky. Na, jetzt prügelt euch doch mal, oder wird das heute nix mehr. Gib mir mal deine Hand, Vicky. Komm, gib mir die Hand. Oder ist die andere? Oder ist die andere? Und wie sollen die beiden da dazwischen passen? Wir nehmen die einfach zwischen uns. Da sind die Brüste im Weg. Welche? Oh ja. Meine? Na eure. Meine Brüste. Vicky, sind deine Brüste im Weg? Weiß ich nicht, aber Steppy, du hast mich schon nicht mal irgendwo hingefahren, was erwartest du denn jetzt von den Brüsten? Scheiße. Also, nicht mit ihm ganz fest anlegen und du, Steppy, du fährst mich jetzt so hin. Steppy, deine Chance. Lass mich doch mal machen. Ja, natürlich. Dankeschön. Ja, sie stolpert raus. Ich komme hinterher. Natürlich auch etwas anpassen. Billy ist sauer. Du wirst schwanger, oder sowas. Warum jetzt? Ich bin verwirrt. Kein Schimmer. Ich bin sauer. Was ist denn los, Billy? Tja, wir haben nichts erreicht heute. Naja, ein bisschen was. Was denn? Jetzt warte doch mal ab, Mensch. Mensch, wir wissen immerhin jetzt, dass Gunfist vielleicht was wissen könnte. Du meinst, dass er auf der Suche nach uns wäre, wenn er wüsste, wer wir sind. Ja. Stimmt, scheiße. Das wissen wir. Und wir wissen, dass wir innerhalb von 24 Stunden uns auf der Polizei, nee, Evo-Wache melden müssen. Oh, fuck, da war ja was. Scheiße. Ich hatte schon fast wieder vergessen, warum erinnerst du mich da noch dran, Mensch? Weil das die fucking Realität ist, Mädchen. Ich mach meine Traumwelt. Oder du willst einfach eine neue Sinn. Wovon soll ich denn die bezahlen? Good luck. Du bist gar nicht mehr da, halt die Fresse. Richtig, du bist gar nicht mehr da. Halt die Fresse, Elzeiger. Wie kannst du es wagen, auf meinem Kommling mit zu hinteragieren? War da nicht was? Nein, ich hab einen Mark auf deinem, nicht du auf meinem. Ich weiß. So einfach ist das nicht. Mist. Ich weiß. Ich muss dringend ein Programm besorgen. Jojo, wir sind in der Scheiße. Mal wieder. Ich denke eher noch, oder? Immer noch? Ja, ich muss mir jetzt ernsthaft überlegen, ob ich die Sinn jetzt in den Koffer schmeiße, weil zu Evo konnten wir ja wohl kaum rennen. Also ich wüsste zumindest keine Geschichte, die da irgendwie noch halbwegs sinnvoll wäre, mit der wir da rauskommen. Oh, scheiße. Ich auch nicht. Vor allen Dingen nicht die passend zu den Kameraaufnahmen, die es vermutlich überall von uns gibt. Fuck. Unten ja, oben nein. Stimmt. Oben gibt's keine Kameraaufnahmen von uns. Ja, aber der Fahrstuhl und die Manipulation am Fahrstuhl und da hab ich mir jetzt keine Mühe gegeben, weil wir einfach nicht die Zeit dazu hatten, das irgendwie alles wieder so hinzubiegen. Und dass da niemand von, also dass da Gantfist nicht gewesen ist, das weiß ja wohl auch jeder. Ja, die sind übers Treppenhaus gegangen. Mehr offensichtlich kann's ja wohl nicht sein. Dass wir das waren, meinst du? Dass wir da oben waren und den Fahrstuhl manipuliert haben und den Polizisten ins Gesicht geschossen haben, Ach, Quatsch. Ich hab keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass der Piert wenigstens jetzt, Vicky, durchnagelt. Aber für uns heißt das, wir müssen in den nächsten 24 Stunden bei Evo aufschlagen. Und ich weiß nicht, ich kann meine Sinn nicht verwerfen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich bei Evo aufschlagen will. Oh Gott. Auf die Gefahr hin, dass ich meine Sinn los bin. Meine Nicht-Sinn. Oh Mann, das wird teuer. Scheiße. Ich kann... Ich weiß nicht. Ich hab echt keine Ahnung. Ich kann's mir nicht leisten, reinzugehen und aufzufliegen. Ich kann's mir nicht leisten. Wir können auch nicht uns leisten, gesucht zu werden mit der Sinn. Also ich jedenfalls mit der Sinn kann mir nicht leisten, gesucht zu werden. Pff, nein, ich kann die Sinn verwerfen, aber dann muss ich gucken, dass ich irgendwie wieder an Geld komme, damit ich mir eine neue zulegen lassen kann. Mein komplettes Leben ist an die Sinn gekoppelt. Ja, und? Nichts, ja und. Glaub... Du glaubst mir immer noch nicht, richtig? Was glaub ich dir nicht? Ich glaub dir alles. Nee. Warum solltest du dir nicht glauben? Weiß ich nicht. Du realisierst das nicht. Ich kann die Sinn nicht verwerfen. Ich verstehe, dass das scheiße ist, die Sinn zu verwerfen, aber manchmal, weiß ich nicht, musst du dich halt entscheiden, was du willst. Jojo, an der Sinn hängen nicht nur ich dran, sondern auch andere Leute. Wer denn noch? Das tut doch jetzt nichts zur Sache, oder? Ist das wichtig für das Ganze? Nein, aber das ist eine Sinn. Es ist eine ID mit irgendwem, da werden die vielleicht zwei Leute dazu befragen und das vielleicht nicht mal, weil die sehen doch an der Sinn, wo die Sinn war und wo sie nicht war. Meine Eltern. Deine Eltern, das ist... Du hast mir doch erzählt, dass das die Sinn von deiner Cousine ist. Nicht von meiner Cousine. Sondern... Von der Haushälterin von meinen Eltern. Aber dann hat das doch nichts mit deinen Eltern zu tun. Doch. Was hat denn das dann für Verweise auf deine Eltern? Muss ich das jetzt echt breit treten? Willst du das wirklich mir... Nein, du musst es mir nicht erzählen, wenn du es nicht willst. Aber es ist halt die Frage, inwiefern werden die überhaupt gefährdet dadurch? Die sind... Ich... Du... Weißt doch... Ich bin nicht, was... Du denkst, ich bin... Also... Weißt doch... Pass auf, uns hört hier gerade keiner zu, okay? Hier sind keine Mikrofone installiert, da lege ich meine Hand für ins Feuer und Sascha steht irgendwo da ganz hinten. Also was... Hä? Also du hast mir jetzt was erzählt. Ich weiß, dass das irgendwie eine Sinn ist, die mit deiner Haushälterin in Kontakt steht und auf der dein komplettes Leben aufbaut. Ja, das ist richtig. Und ich verstehe, dass du sie nicht irgendwie wegschmeißen willst, die Sinnen. Und dass du da nicht so ohne weiteres rauskommst. Das verstehe ich ja auch. Aber ich weiß auch nicht, was wir sonst dagegen machen sollen. Verstehst du? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen zu Evo oder wir gehen nicht zu Evo. Billy steht auf und geht zur Toilette. Jojo geht hinterher. Und schließt sich in die Toilette ein. Und... Nach zehn Minuten kommt sie raus mit Haaren, die zusammengebunden sind. Jojo bleibt... Ohne Schminke. Und sagt... Hallo Jojo, ich bin Milan. Radobanovic. The Fakt. Das ist jetzt nicht wirklich notwendig. Ich kenne doch... Meine Eltern arbeiten für die Crew. Das weiß ich doch. Das hast du mir doch schon erzählt. Und deren Arsch hängt an der Sinn genauso dran wie meiner. Inwiefern? Dass die die Coverstory für mich gemacht haben, damit nicht rauskommt, was ich bin. Ja, aber selbst wenn. Glaubst du, das kriegt ja irgendwer raus? So eng kontrollieren doch die... Kontrolliert doch Evo die Sinn nicht. Natürlich kontrollieren. Wenn die uns am Arsch haben, dann haben die uns am Arsch. Pass auf, ich kenne mich damit nicht so genau aus. Ich weiß nicht genau, wie... Inwieweit Evo Zugriff auf solche Sachen hat. Und inwieweit das vielleicht sogar geschützte Daten sind, auf die die nicht drankommen. Aber Evo hat vielleicht irgendwie Zugriff auf Daten von der Sinn. Aber Evo hat doch nichts mit deinen Eltern zu tun. Also ich glaube nicht, dass sie so tief graben. Das lohnt sich doch gar nicht für die... Ich kann meine Eltern anrufen, was absolut, absolut die letzte Möglichkeit ist, um rauszubekommen. Pass mal auf, Billy. Also, was wir wissen, was wir definitiv wissen, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, ist, dass Evo keine groß angelegte Suchaktion und auch keine groß angelegte Hacker-Aktion auf unsere Sins laufen lassen wird. Dafür haben die nicht die Kohle. Verstehst du da? Also, gut, die haben die Kohle, aber es lohnt sich nicht. Nicht für das, was da gelaufen ist. Es lohnt sich nicht. Warum sollten die das denn machen? Billy, äh, Billy, sag ich schon. Entschuldigung. Du weißt doch gar nicht, was mit dem Hacker passiert ist, den ich aus der Drohne rausgebrochen habe. Wenn das ein hochgradischer Decker war, dem ich den Dammschock verpasst habe. Glaube ich nicht. Das ist... Der hat eine scheiß blöde Straßendrohne gedinkst. Darum sollte das ein hochkarätiger Hacker sein. Dafür verschwenden die doch ihre Leute nicht. Wenn das eine Spider war? Nein! Billy, nein! Das lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Da ist irgendwie... Sowas passiert doch regelmäßig, wenn irgendeine scheiß Drohne mal abgeschossen wird. Das ist doch dasselbe. Ich glaube nicht, dass das dasselbe ist. Ich glaube schon, dass das dasselbe ist. Es ist doch Wurstikus, ob diese blöde Drohne jetzt abgeschossen wird und deshalb aus der Matrix ist und derjenige rausfliegt. Oder ob es jetzt rausfliegt, weil du ihn rausgeschmissen hast. Dann wissen sie halt, dass irgendwer dabei ist, der sich irgendwie mit der Matrix auskennt. Vielleicht wissen sie ja auch oder haben sie ja auch rausgekriegt, was du... Ja, Technomancer hinterlassen eine Spur. Die ist einfach zu tracen im Endeffekt, solange das frisch ist. Wenn die rauskriegen, dass einer von uns die... Wenn einer von uns das hat, Evo ist stark interessiert daran, was mit Drohnomanzern passiert. Und die lassen die nicht einfach mal eben so durch ihr Raster durchfallen. Sind sie das wirklich? Glaubst du wirklich, dass sie so interessiert daran sind, dass sie da weiß ich nicht wie viel Hunderttausende an Nuian reinstecken, um an die Information zu kommen? Ein Technomancer ist mehr wert als Hunderttausend. Ein Technomancer ist weit mehr wert als Hunderttausend. Was glaubst du, was der ganze Aufwand kostet? Ich weiß es doch nicht. Ich kenne mich auch damit nicht aus. Zu viel. Viel mehr als Hunderttausend. Warum bist du da nicht zu irgendeinem Con gegangen? Weil meine Eltern genau wissen, was die mit einem so mit mir anstellen. Aber Horizon oder Evo oder so, die haben doch eigentlich einen ziemlich guten Ruf, was sowas angeht. Ich weiß nicht. Ich habe nichts Gutes gehört über die Labors, wo die dich hinschicken. Ich will da auch ums Verrecken nicht rein. Ich will es auch nicht rausfinden. Ich möchte auch nicht nur 5% Chance annehmen. Ja, aber Billy, was willst du denn machen? Keine Ahnung. Das ist das Problem. Verstehst du? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst zu Evo und machst deine Aussage und dann musst du dir irgendwas ausdenken. Oder du gehst nicht dahin. Aber ich weiß, dass ich am Arsch bin, wenn ich dahin gehe. Das bin ich auch. Ich habe keine Sinn. Meine Sinn hält einer dieser Überprüfung nicht stand. Ich habe für die Sinn Geld auf den Tisch gelegt. Und es war zwar für mich viel Geld, aber weiß Gott nicht so viel Geld, wie man für so eine Sinn theoretisch auf den Tisch liegen müsste, damit die so eine Überprüfung standhält. Weiß Gott nicht so viel. Es war nicht mal ein Zehntel davon. Verstehst du? Ich kann da nicht hingehen. Ich kann es nicht. Dann müssen wir uns einen Plan zurechtlegen. Du kannst vielleicht hingehen. Dann kannten wir uns halt nicht. Oder irgendwas anderes. Es war Zufall. Oder irgendwie. Wir hast uns halt kennengelernt. Wir haben dich von mir aus. Habe ich dich auch überredet. Oder ich habe dir Drogen gegeben. Oder irgendein Scheiß. Das ist mir egal. Das kannst du alles erzählen. Aber ich kann da nicht hingehen. Verstehst du? Ja, ich verstehe das. Es geht einfach nicht. Wie gesagt, denk dir alles aus. Von mir aus habe ich dir Drogen gegeben. Oder ich habe dich bedroht. Ich habe dich erpresst. Das kannst du denen alles erzählen. Das ist mir egal. Erzähl denen irgendwie sowas. Dann bist du vielleicht aus der Sache raus. Wenn du gut lügen kannst, bist du aus der Sache raus. Das ist ein echt hartes Stück. Dann schmeiße ich die verfickte Sinn weg. Dann ist es vorbei halt. Dann ist die blöde Sinn vorbei. Das Geld kriege ich schon irgendwann aufgetrieben, wenn ich eine neue Sinn brauche. Das ist okay. Okay? Mach so. Dann schieb mir die Schuld in die Schuhe. Dann habe ich dich irgendwie dazu gezwungen. Das hilft mir aber auch nicht weiter, wenn ich dazu... Warum hilft dir das nicht? Klar hilft dir das. Ja, ich weiß nicht, ob das so klug ist. Willi, ich weiß es nicht. Ich war in so einer Situation noch nicht. Ich auch nicht, verdammte Hacke. Die Frage ist, was würde Evo tun, wenn es wirklich drauf ankommt? Würden die die Kohle investieren oder nicht? Ich habe keine Ahnung von dem Technomancer-Kram. Ich wollte mit dir da zu dem Zeitpunkt, als du das erzählt hast, nicht drüber reden, weil du sowieso so aufgelöst gewesen bist. Und ich dachte, dass das jetzt irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt ist, um mit dir darüber zu sprechen. Und das wollte ich irgendwann nochmal tun, weil ich saumäßig neugierig bin. Aber keine Ahnung, können die das denn sofort... Also können die das denn irgendwie ewig... Also ist da denn jetzt einfach so eine Signatur von dir? Oder wie läuft denn das? Kann das jeder sehen? Wenn die denn die Umgebung richtig abgesucht haben, dann sind das eindeutig für Spuren, die ich hinterlasse. Die verfliegen nach einer Zeit wieder. Aber... Ich weiß nicht, wie viel Zeit sie da schon investiert haben. Wenn die eine Ahnung haben, dann wissen sie, was ich bin. Also das... Ja, dann wissen sie, was ich bin. Und auch bei dem Gespräch, wenn sie schon eine Ahnung haben, dann definitiv werden sie das auch... Ich denke, dann werden sie auch definitiv darauf scannen, wenn ich da bin. So sieht das aus. Aber A, wie sollen die sowas denn scannen? Und zum Zweiten, warum sollten sie denn überhaupt darauf kommen, dass du... Also ich meine, das ist doch total selten. Es sind immer Technomancer, wenn es darum geht. Und der Hacker, der einen Dumpshop bekommt hat, und wenn das eine wichtige Person in der Rangliste war, dann werden die da definitiv Geld investiert. Aber jetzt mal ehrlich, Bidi. Du sagst mir, das ist ewig viel Geld wert, okay? Ein TM ist mehrere hunderttausend wert, vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung. Wenn die wirklich wüssten, was du bist, glaubst du nicht, dass die schon bei dir zu Hause vorbeigeschneit wären? Warum hätten sie dann... Dann hätten sie doch schon längst die Möglichkeit gehabt, bei dir vor der Tür zu stehen. Ich meine, deine Sinder ist doch deine Adresse drauf gemeldet. Ja. Dann hätten die doch schon längst bei dir vor der Tür gestanden, anstatt dich zu einer blöden Anhörung einzuladen, weißt du? Dann hätten sie dich doch schon längst eingesackt. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, wenn sie es wirklich gewollt hätten, dann fackeln die doch nicht lange, dann stehen die doch bei dir vor der Tür und sacken dich ein. Dann leiden die doch nicht zu einer Anhörung, weil dir es nicht mehr sicher ist, ob du da überhaupt erscheinst. Dann wären die doch blöde. Und du warst die ganzen letzten Tage zu Hause, und sie hätten Zeit genug gehabt. Also wenn ich wüsste, dass da jemand ist, oder dass da was ist, was wirklich so viel Kohle wert ist, dann verliere ich doch keine Zeit. Dann stelle ich mich doch direkt dahin und sack den ein. Nicht unbedingt. Warum denn nicht? Es kommt alles drauf an, wie die ganze Sache abläuft bei denen. Ja, aber trotzdem, ich meine, ich sage mal, wenn sie es wirklich rausbekommen, okay, wenn sie es rausgekriegt haben, gehen wir mal jetzt vom Worst Case aus und sagen, sie haben es rausgekriegt, dann können die ja nach deiner Aussage, das verfliegt ja nach einer Zeit. Was ist denn eine Zeit? Wie lange dauert sowas, bis sowas verfliegt? Das kommt drauf an. Ein paar Tage, ein paar Stunden, ein paar Minuten? Ein paar Stunden normalerweise. Ein paar Stunden, okay. Okay, so, dann müssen sie A, erst mal auf den Gedanken kommen, das könnte ja ein Technomancer gewesen sein. Weißt du, das ist so das Erste. Und warum soll es ein Technomancer gewesen sein, was so selten ist? Ich meine, wie gesagt, wenn du Hufgetrappel hörst, dann neckern Pferde, nicht an Zebras, ne? So, dann ist die Chance, dass sie es gar nicht rausgekriegt haben, schon mal da, weil irgendwie sie erst mal geguckt haben, was ist denn da überhaupt los gewesen und bis sie das irgendwie alles gedingst haben und so weiter und so fort. Dann zum Zweiten, wie gesagt, allein die Tatsache mit, sie haben vielleicht rausgekriegt, okay, das könnte irgendwie sowas sein und jetzt haben wir sogar einen der drei Namen. Bei Steppi war niemand, das hätte er erzählt. Bei mir ist auch niemand gewesen, das hätte ich nämlich gewusst. Dann, ich meine, das ist drei Wochen her, das ist über drei Wochen her. Dann bis dahin wäre was passiert, weil die Chance, dass du nach der Sache weg bist, viel zu hoch ist. In der Zeit wären die schon längst da gewesen. So viele Wochen, das können die sich nicht leisten, das geht einfach nicht nach so einer Aktion. Ja, was schlägst du denn vor? Ich soll mich da einfach stellen? Nein, aber ich wollte dir einfach nur erstmal die erste Panik nehmen, weil ich nicht glaube, dass die wirklich eine Ahnung haben, dass du bist, was du bist. Siehst du? Das glaube ich nicht, weil sonst hätten die doch längst was geahnt, dann hätten die längst was unternommen, das haben sie aber nicht gemacht. Und dann hätten die nicht so einen Weg eingeschlagen, das wäre völlig unlogisch gewesen. Völlig unlogisch. Das macht doch niemand. Also nicht, wenn der wirklich die Kohle haben will oder nicht, wenn es wirklich so viel wert ist, dann handelst du direkt, dann handelst du vielleicht innerhalb der ersten Woche mit Verzögerung, aber nicht drei Wochen später, wenn die Chance besteht, dass derjenige abhaut. Evo hat Zeit, mehr als genug. Nein, hat Evo nicht. Ja, doch. Warum sollten die Zeit haben? Weil es ein verfickter, globaler, weltumspannender Konzern ist. Ja, es ist ein verfickter, globaler, weltumspannender Konzern, das ist richtig. Aber warum sollen die denn Zeit vergehen lassen, wenn die irgendwie dann so viel mehr bezahlen müssten? Verstehst du? Weil es ein echtes Sinn ist, weil es tatsächlich allen Checks standhält, weil die Person wohl irgendwelche... Vielleicht benutzt die die Sinn einfach nicht. Naja, wir können hier viel über Hackmack und... Ja, du hast ja recht. ...vor und zurück uns unterhalten jetzt im Endeffekt, aber bringen tut das alles nicht. Ja. Mann, ich weiß es doch nicht. Ich hab keine Ahnung, ob wir da jetzt hin sollen oder nicht. Wie gesagt, zur Not, wenn du in der Meinung bist, dass es gar nicht anders geht, dann geh hin, denk dir irgendwas Tolles aus, beantworte irgendwelche Fragen, gib mir die Schuld und dann ist gut. Und ich schmeiß die blöde Sinn weg. Puh. Das bringt uns zu Steppis Bruder auch nicht näher dran. Nee, ich glaube, für Steppis Bruder müssen wir entweder seiner Schwester endlich mal in den Arsch ficken oder Gunfist oder beiden. Weiß nicht, dann... Vielleicht Steppi und du, ihr seid ja eher die Kopfabhacker. Dann geht ihr mal bei der Schwester oder bei dem Schwager vorbei und ich kümmere mich mal um die Bullenangelegenheit bei uns. Na. Wenn ihr die Sinn verwerfen könnt, dann ist das ja toll, aber... Was heißt können? Glaubst du, ich kann mir das wirklich leisten? Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Also ich weiß, wie beschissen es ist. Wir reden nicht so viel über so Sachen. Weißt du, so ernste Themen, das fangen wir jetzt gerade erst an zu reden. Und... Glaub mir, ich weiß, wie beschissen es ist, ohne Sinn durch die Gegend zu laufen. Das ist echt kompliziert. Ich weiß, wie kompliziert es ist. Ich weiß, wie kompliziert es ist. Aber du... Ich meine, ich will dir ja ja nicht irgendwie die Würmer aus der Nase ziehen. Das ist schon okay. Ach, passt schon. Schon okay. Also... Ist halt alles nicht so leicht. Nee, nee. Nee, ist es nicht. Alles scheiße. Ja. Ich... Ich... Ich muss die Matrix befragen. Ich... Ich... Du brauchst ein bisschen Ruhe. Ja. Ich muss meinen... meinen Kopf klar bekommen. Ich muss... Komm mal her. Ich muss suchen. Komm du, ja. Jojo, umarm dich. Und Billy, umarm dich. Mach dir nicht so viele Sorgen, okay? Irgendwie kriegen wir das hin. Pass auf. Wir kriegen das irgendwie geregelt, okay? Irgendwie schaffen wir das. Und wir schaffen es so, dass wir deine Eltern da rauslassen. Okay? Hm. Wenn alle Strecke reißen, werden wir schon hinkriegen. Ich wollte schon sagen, irgendwie kriegen wir das hin. Und ansonsten müssen wir uns halt was überlegen. Aber irgendwie kriegen wir das hin. Okay? Ich lasse dich da nicht hängen. Weiß ja, wie es ist. Am Ende bist immer du selbst für dein Glück verantwortlich. Nicht immer. Aber letzten Endes, wie gesagt, wir lassen dich nicht hängen, okay? Okay. Wir kriegen das alles hin. Es ist jetzt scheiße und es sieht gerade völlig beschissen und aussichtslos aus, aber wir kriegen das hin. Irgendwie kriegen wir das immer hin. Irgendwie hat bisher alles funktioniert. Und wenn es richtig bekloppt gewesen ist am Ende, aber es hat irgendwie funktioniert. Ich war noch nie in so einer Situation, ganz ehrlich. Willi, wir stehen jetzt beide hier, okay? Ich glaube, es gäbe genug Gründe, weshalb wir das nicht tun sollten, aber wir stehen jetzt beide hier und irgendwie hat es geklappt. Ja, entweder ist das der Anfang von vielem oder das Ende von vielem, ne? Ich glaube, es ist ein Anfang. Echt? Ja, ich glaube, es ist ein Anfang. Ich weiß echt nicht, ob ich da so einen Weg beschreiten kann, aber man sagt ja, man wächst mit seinen Aufgaben, ne? Man wächst mit seinen Aufgaben und irgendwie kriegt man alles hin. Es geht immer irgendwie. Wenn man in irgendeiner völlig bekloppten Situation ist, findet man trotzdem irgendeinen Weg raus. Und wenn es ein ganz komischer, verwinkelter, stinkender oder komisch riechender oder wie auch immer Weg ist, aber irgendwie findet man immer raus. Steppis Toilette tue ich mir nicht normal. So schlimm war das nicht. Glaube ich. Hauptlich. Okay, doch. Das ist meiner Fantasie überlassen. Oh weh. Naja, sagen wir mal, es gibt immer Abstriche, die man machen muss. Solange ich meinen Pelz habe, ist alles okay. Ja, und wenn mal irgendwas ist, wo du ihn nicht mitnehmen kannst, dann finden wir eine Möglichkeit, ihn gut einzulagern. Hat ja schon an Silvester geklappt. Siehste? Es hat schon an Silvester geklappt. Und auch diese Geschichte ist irgendwie gut ausgegangen. Ja, aber da war nicht Evo involviert. Da war nicht Evo involviert, aber scheiß auf Evo. Verdammt nochmal, scheiß auf Evo, Billy. Scheiß drauf, okay. Ich lasse mir jetzt den Pink Panther nach Hause fahren und dann gucke ich weiter. Wenn irgendwas ist, rufst du an. Ja, klar. Gut. Brauche jemanden, der Kirsche mit mir trinkt, auch wenn du nicht mit trinkst. Na, Moment, bitte nicht. Es wird ja da kommen, da werde ich auch wieder mit trinken. Okay. Na, sie nimmt dich nochmal in den Arm, knuddelt dich durch relativ lange und dann bezahlt sie die Rechnung, weil es Sascha, Spatz, und steigt dann ins Auto und fährt zurück nach Hause und versucht eine Mütze schlafen zu bekommen. Ja, Jojo trinkt noch ihre Cola aus und irgendwann fährt sie dann auch zurück zu Alex und wird vielleicht noch eine Stunde anfangen, die Kisten abzuarbeiten, die sie da noch stehen hat. Und ja, genau. Und unser Spielleiter ist noch nicht da. Na, ich wollte gerade sagen, haben jetzt alle Gehirnblutung bekommen vom Zuhören, oder? Nee, nur der Spielleiter. Steppi warst toll. Super. Er hat so einen Grinsen auf dem Gesicht. Ach, hast du, ja, du hast ja einen weggesteckt, ne? Ja, aber sowas von. Bei Vicky. Vicky bekommt dann auch einen neuen Sinn. Stalker? Stecher, nicht Stalker. Passt schon. Uh, da wird Bleibfuß aber eifersüchtig. Guck mal, ob Bleibfuß seinen Namen zurecht macht, sagen wir es mal so. Ja, ich habe ja leider noch keinen Straßennamen, darum das funktioniert noch nicht. Aber ich habe zum Beispiel schon mal ihre Kommnummer. Darum. Stalker. Ja, er wird sich den ganzen Abend nicht kicken lassen. Und auch nicht hören lassen, so wirklich. Ja, du steckst ja auch einen weg. Da, wo du steckst, bestimmt nicht. Ja, ich wollte jetzt eigentlich abklären, wie wir weiterverfahren, ob du jetzt erstmal mit den beiden bei Steppis Schwester vorbeischauen willst. Das müssten die beiden erstmal ausspielen, ob sie das machen. Oder ob Sibylle Internet Research und Avalon Paragon befragen und dann zur Polizeiwache machen willst. Sagen wir es mal so. Also Juju wird, wie gesagt, in der Nacht jetzt noch irgendwie, da sie so viel Cola getrunken hat, ein bisschen an den ganzen Kisten rumschrauben, die sie ohnehin noch da stehen hat und die noch gemacht werden müssen. Das wird sie jetzt noch machen. Und irgendwie wird sie dann schlafen und wie sie so ist, schläft sie eigentlich weniger, als sie schlafen sollte und wird vermutlich am nächsten Morgen alle wach klingeln. So morgens um acht. Wen? Alle. Das geht schon. Alle. Also die drei. Ja, unsere Kanten. Wir drei, genau. Wir drei sind drei. Ja, wie gesagt, Steppen wird sich recht gut gelaunt melden. Morgen. Morgen. Was ist los, Juju? Hallo. Uh, er hat gute Laune. Oh ja, war eine geile Nacht. Erzähl, erzähl, erzähl. Du bist ja unter Frauen. Ja, eben darum. Ja, ja, eben. Erzähl mal wirklich, was man mit anderen Frauen hatte. Ein Gentleman schweigt und genießt, heißt es doch so schön. Ach, komm, also sag's mal so. Wenn irgendwie, wenn irgendein Kerl wissen will, wie er im Bett ist, dann fragt er immer die beste Freundin des Vibes. Und deswegen erzähl. Ich wollte gerade sagen, aber das muss sie ja erstmal bei dir erzählt haben, wie es war. War auf jeden Fall geil. Sie hat offensichtlich mal in der Robotik gearbeitet. In der Robotik? Ja. Das habe ich richtig angemacht. Siehst du, das braucht er, um geil zu werden. Oh ja. Wie ein Schweizer Uhrwerk. Ich wollte gerade sagen, das müsstest du auch wissen, oder nicht, Juju? Wieso? Wieso? Du bist doch auch sehr handwerklich tätig. Ja, natürlich, aber ich brauche das nicht, um geil zu werden. Die Betonung liegt auf handwerklich. Sondern? Was? Ja, was brauchst du sonst, um geil zu werden? Voll Thema-Ablenk. Das wirst du vielleicht irgendwann mal rausbekommen, aber definitiv nicht so. Du wolltest was erzählen? Ach ja, mein Gott. Wir hatten ein bisschen Spaß. Uh, das wollte ich doch nur wissen. Ja, nu. Ich dachte, das kam rüber. Nicht wirklich. Es hätte alles sein können. Wir können es ja auch einfach nur nach Hause gebracht haben, den Rest eingebildet haben. Da bin ich mir bei dir immer nicht so sicher. Also, da ich ihre Comlink-Nummer habe, glaube ich nicht, dass ich es mir als eingebildet habe. Die habe ich auch. Und ich habe trotzdem nicht mit ihr gefögelt. Hast du nicht? Nee, bisher nicht. Siehste, verpasste was. Ach so? Ja. Okay. Wie viele Sternchen kriegt sie? Entweder von 1 bis 5 oder von 1 bis 10. Da muss man das jetzt nur sagen, damit man es entsprechend abrunden kann. Die Skala. Ah, es war schon eine 7 von 10. Definitiv. 7 von 10, alles klar. Ja, ja. Gut. 10 ist Höchstzahl, ja. Ja, ja. Dann kriegt sie eine 3,5 von 10. Gut. Hä? Äh, 3,5 von 5. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen. Ja, nee. Sie kriegt eine 3,5 von 5. Alles klar. Dann trage ich sie so in meinen Kalender ein. Also in meinen Comlink ein. Pass. Nach der Stepschen-Skala. Warum? Tust du sowas bei dir? Stepschen-Skala, genau. Bitte? Was wolltest du sagen, Steppi? Ich wollte nur, dass du sowas bei dir einträgst. Warum sollte ich das denn nicht tun? Ich kenne das ja nur von Kerlen, die das bei sich in Kalender eintragen, um halt zu wissen, aha, zu wem man nochmal hingehen sollte. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade eintrage, weil ich es witzig finde wahrscheinlich. Und weil es immer gut zu wissen ist. Ich meine, wer weiß, vielleicht muss ich mal irgendeine Empfehlung abgeben. Vielleicht fragt mich mal jemand und dann habe ich eine Antwort. Ich wollte sagen, ich dachte, Frauen finden das immer degradiert. Nein, ähm, du weißt schon, was ich meine. Hä, warum das? Ja, bewertet zu werden von Kerlen. Warum? Ich weiß nicht, das ist das, was man so hört. Warum das? Das ist doch Schwachsinn. Ich meine, ich gebe da auch schon mal eine Wertung ab, wenn ich sage, der Kerl war scheiße. Aha. Jetzt muss man sich mal versuchen vorzustellen, wie Sex mit Flummi aussieht. Also mit Jojo. Ganz ehrlich, ich könnte es mir nicht mal im Grunde vorstellen. Die Haare nehmen eine Aura an dann wahrscheinlich. Haha, das wäre geil. Tja. Ja, wie gesagt, war geil. Wird interessant auch mal so mit ihr zu reden. Boah, das muss ja nicht alles nur auf einer reinen sexuellen Ebene sein. Nicht, dass ich da irgendwas abgeneigt wäre. Aber ist auch interessant, so mit jemandem zu reden, der von sowas Ahnung hat. Du hast mich nie gefragt. Hast du von sowas Ahnung? Selbstverständlich. Also Robotik und Dingsen? Selbstverständlich. Kamst du mir so wie die Waffenbastlerin vor? Ja, auch. Wie die Drohnen-Spezialistin. Na, Drohnen-Spezialistin, das kommt drauf an, was es ist. Also ich sage mal so von Industrie-Robotik und so einem Kram habe ich Ahnung. Ja, schon so ein bisschen. Aha. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Rotordrohnen oder von Autos oder von Motorrädern. Also das nur so rudimentär ist, aber alles andere. Ja, kann man gucken. Also, was du so weißt, dass man sich so ein bisschen austauscht. Ich weiß eine Menge, aber vermutlich nicht das, was dich interessiert. Sagen wir es mal so. Weiß ich nicht. Müsste man gucken. Genau. Weiß ich nicht. Spiel doch überhaupt gar keine Rolle. Wie machen wir ihn jetzt weiter? Ich werde gleich mal irgendwann telefonieren, wenn ich die dumme Kuh endlich erreiche. Weil irgendwie geht die nicht an den Kommenden dran, was ich sehr doof finde. Und wollen wir nochmal bei deiner Schwester vorbei, Steppi, oder nicht? Oder willst du alleine bei deiner Schwester vorbei, was vielleicht gar nicht so dumm wäre? Ich würde sie erstmal anrufen und fragen, wie es hier geht. Ja, sowas, vielleicht wäre das auch nicht so schlecht. Also, ich habe ihr eine Nachricht gestern noch geschickt, dass sie mich verplappert habe. Was ich offensichtlich getan habe. Er hat ihr mit Schlägen gedroht, oder? Dann solltest du vielleicht auch mal hinfahren und nach dem Recht guckt nicht, dass er sie wirklich verprügelt. Also, wenn er das tut, dann weiß ich, dass die sollten wir da nicht eingreifen. Sollte sie vielleicht auch einfach mal zurückschlagen, aber trotzdem. Ja, aber wir wissen ja nicht, wie sie jetzt statuiert ist, oder? Ja, und? Kann sie doch trotzdem zurückschlagen. Tja, dann kriegt sie vielleicht noch mehr eins auf die Fresse. Dann soll sie sich mal irgendwas nehmen, was ein bisschen mehr wehtut. Baseballschläger oder Pumpgun? Baseballschläger vielleicht. Vielleicht auch einfach irgendeine Latte, die da rumsteht. Das klingt blöd, wenn ich das so sage. Verdammt, eine Bratpfanne zum Beispiel, jetzt mal ganz klischeemäßig gesprochen. Also anscheinend solltest du da definitiv Jojo mitnehmen, denn sie scheint da ja gerüstet. Hast du noch nie was auf die Fresse gekriegt? Von dir? Ja. Und sonst meine ich? Achso, nö. Ja doch, von Fackel. Davor nie? Nö. Ich hab mich aus so Sachen immer generell gerne rausgehalten. Deswegen geh ich ja mittlerweile ins Fitnessstudio und mach den ganzen Scheiß. Oh. Hm. Ein paar Definitionen auf den Arm kriegen, ja? Irgendwas hab ich falsch gemacht, glaub ich. Hm. Nein, wer weiß das schon. Egal, Spiele ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Manchmal muss man einfach mit einem Pfeilchen durch die Gegend laufen. Ähm. Oder mit einer gebrochenen Nase. Auch wenn's wehtut. Und dann redet man immer so komisch. Ähm. T. Das hatte ich nach meiner Nasen-OP auch. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Und das ist echt nervig, wenn man die Nase erstmal wieder richten muss. Aber. Und wenn du niesen musst, das tut so scheiß weh. Oh, ja, das tut's. Das tut's. Schaut so an seiner Nase runter, die so ein bisschen platter ist. Hier, Quinny, hast du eigentlich eine kroatische Nase? Ich? Äh, ein wenig. Doch, ich glaub, ich hab schon die Nase von meinem Vater. Da gibt's einen tollen Witz dazu, ne? Aber mit den Serben. Wenn ein Serbe mit einem Ständer, also einem Ständer, einem Hörnchen, einem Boner, gegen die Wand läuft, was bricht zuerst? Hä? Die Nase. Ja. Wir von den White Russians sind gegen sämtliche rassistischen Äußerungen. Ich darf Serben Witze machen, das mach ich nämlich auch bei meinen Arbeitskollegen. Natürlich, aber es ist einfach mal gut, das zu sagen, damit jemand rumheulen kann. Gut, ich mag Serben, die sind coole Leute und Kroaten sind auch cool. Jo. Und Bosnia. Und überhaupt. Nee, also ich find die kroatischen Nase immer ein bisschen breiter als länger. Wie dem auch sei. Oh, also bei mir wird schon eher was anderes. Okay, der wird jetzt auch nicht brechen, der wird eher durchbrechen, aber so, durch die Wand. Ist auch egal. Ich könnte nochmal meine Schwester anfunken, gucken, ob die, ähm, oder gucken, ob die auf die Nachricht vielleicht geantwortet hat. Nö, hat sie nicht. Hat sie nicht. Hm. Na, vielleicht will sie auch einfach nicht antworten. Also, die andere Möglichkeit, die wir haben, ist jetzt echt, dass ich warte, bis ich die blöde Tussi erreiche und das, ich werde dann irgendwie gucken, ob wir da vielleicht noch was rauskriegen und Garnfest finden. Aber was anderes fällt mir dann auch nicht mehr ein. Ja, ich muss in den nächsten Stunden auf die Wache. Ach ja, scheiße. Ich denke auch stark immer nach, was man da machen könnte. Steppi, was ist mit dir? Willst du da hin oder willst du da nicht hin? Ich habe auch keinen Bock, meine Sinn zu verlieren. Aber wie gesagt, auch teuer. Dann müsst ihr da hin müssen. Darum. Ich habe auch irgendwie keinen Schimmer, wie sehr ich denen vertrauen kann. Das ist eh wohl. Überleg dir, wie sehr du denen vertrauen kannst. Keinen Schimmer, wenn ich ganz ehrlich bin. Keinen Schimmer. Darum. Also was ich halt sagen kann, ist, dass ich euch beide im Endeffekt nur vom Treffen immer kenne, dass wir uns immer in dem Café dort getroffen haben, kurz vor dem Evo-Schuppen und dass wir deswegen immer zusammen rumgehangen haben und ich euch gar nicht quasi näher kenne im Endeffekt als von diesen Treffen. Genau, dass wir halt zufällig bei dem Horizon-Dings waren und uns dort zufällig zusammengetroffen waren. Darum sollten wir, wenn die gleich kommen, auch vielleicht nicht alle zusammen da auftreuzen oder nicht wir beide zusammen da aufkreuzen. Ich kann ja zuerst gehen. Dann können wir eher vielleicht was ausmachen. Die Einzige mit einem echten Sinn bin ich und wenn ich das überstehe und keine Probleme mit der Sinn bekomme und mit den Fragen, dann ist es für euch wahrscheinlich, dass euch auch nichts passiert. Oder ist es nicht logisch zu sagen, die Person, die mit der echten Sinn quasi aufschlägt, wenn die durchkommt, dann stehen die Chancen für euch besser, dass ihr auch durchkommt. Wenn ihr in den nächsten 24 Stunden nichts mehr von mir hört, dann wisst ihr, dass ihr eure Sins echt wegwerfen könnt und euch ganz schnell nach was anderem umguckt. Mein größtes Problem ist, dass ich nicht weiß, ob die Sinn die Überprüfung übersteht. Das ist es, wovor ich so Angst habe. Ja, aber deine Chancen sind größer, dass sie übersteht, wenn ich da wieder lebend rauskomme. Na, ich sag's mal so, deine Sinn, wenn die überprüft wird, da kommt auf gar keinen Fall ein Sinn-Error, weil das ist ja eine richtige Sinn. Das meine ich. Bei meiner Sinn steht die Chance gar nicht so schlecht, dass da ein Sinn-Error kommt. Aber wenn meine Sinn schon mal gar nicht überprüft wird in dem Schuppen, sondern die einfach nur Fragen uns stellen bezüglich, wer ist denn jetzt, was haben wir da überhaupt gemacht und warum sind wir zu denen hingegangen überhaupt, warum waren wir da oben und was haben wir da oben gemacht, dann stehen die Chancen für euch besser, dass ihr da auch durchkommt und wir unsere Weste in Anführungszeichen da reinwaschen können. Das ist richtig. Wenn du das machen willst, okay, wenn es dir zu mulmig ist, dann nicht. Kann es noch mulmiger werden als jetzt gerade? Weiß ich nicht, bestimmt. Es wird schwierig. Es wird schwierig, das denke ich auch. Also, ihr könnt mir ein Denkmal dann bauen zum Schluss, als die Heldin, die gestorben ist, und ab und zu mal einen trinken gehen für mich, das ist crazy traffic light. Du bist gestorben, du wirst da voll rausgehauen, wenn da was los ist. Das ist zwar süß von dir, Steppy, wie du das sagst, aber ich denke halt ehrlich, und ich möchte jetzt kein Drama aufziehen, obwohl das normalerweise mein Ding ist, aber ich wollte gerade sagen, wenn die mich haben, dann kriegt mich da gar nichts mehr raus, wahrscheinlich. Dann bin ich das Forschungsobjekt, was ich niemals werden wollte, aber... Nix, du wirst ja so rausgehauen, so wie mich Jojo rausgehauen hat. Ich hab da ein paar gute Freunde zu Hause, die wissen, wie man jemanden irgendwo raus soll. Nein, das ist jetzt sehr utopisch gedacht, das ist egal. Dann sollten wir vielleicht Steppy vorgehen lassen. Der verliert eh gerade seinen Bruder, da macht's ja auch nix mehr aus, wenn er selbst verloren geht. Nein, aber die Chance, also ich weiß nicht, okay, das kam jetzt völlig falsch rüber. Ja, kam es. Ach man. Wer nichts Neues, darum passt schon. Ihr wisst alle, wie das gemeint ist, oder? Darum machen wir dir auch keine Vorwürfe. Bitte, 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 bitte wissen wir, wie das gemeint ist. Bitte, 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 ich hab euch beide lieb. Wissen wir doch. Nee, darum haben wir auch gesagt, dass ich vielleicht zuerst vorgehe und grob abschätzen kann, was die überhaupt von uns wollen. Was die wollen, ist klar. Die wollen wissen, was da für ein Scheiß abgelaufen ist und was wir da gemacht haben. Die Frage ist nur, hält deine Sinn stand? Prozentual gesehen, nee. Nicht prozentual gesehen. Man hat die Stufe ja nicht auf dem Kopf. Ja. Ich weiß nicht, wie stabil mir die Sinn ist. Müsst du mal gucken. Time to find out, ja? Vermutlich nicht stabil genug, das kann ich dir jetzt auch sagen. Wir drücken mal gucken, was ich nochmal... Ach ja, das war nur... Scheiß sind's. Wisst ihr was, wir lassen es alle sein. Ja, aber war nicht das Problem, dass sie noch die echte Sinn hat? Ja. Die wissen, wo ich wohne. Ich muss da hin. Ich muss da hin. Wie gesagt, gib mir die Schulter ran und dann ist gut. Wenn überhaupt blöde Fragen kommen. Zur Not sagst du, ich hab dich gezwungen, ich hab dich erpresst, ich hab irgendwas gemacht. Du hast mir ein Bugplatt eingebaut. Zum Beispiel? Bugplatt of death. Ein Bugplatt of death. Was hab ich gesagt? Ein Bugplatt, ne? Das ist falsch. Ein Buttplack. Genau. Wobei es ein witziger Versprecher war und nicht mal gewollt. Wie gesagt, zur Not sag, ich hab dich mit irgendwas erpresst, mit irgendeinem Video, das es von dir gibt. Da kannst du dir ja irgendwas peinliches ausdenken oder irgendwas anderes, weißt du? Ja. Ich sag einfach, dass du weißt, dass ich eine Techno-Tranny bin. Das würde ich gar nicht sagen. Das mit dem Techno-Menser. Wer weiß, ob die das wissen. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich geh da jetzt hin. Ich würde die Techno-Sache komplett ausschalten. Sag einfach zur Not, dass ich irgendein Video von dir habe, das dich beim Sex mit irgendeinem was auch immer zeigt. Und dass dir das ganz frühzeitig peinlich ist, weil dein Freund nichts davon weiß und überhaupt. Sex mit einem Hühnchen? Keine Ahnung. Oder mit einer Kuh. Wow. Mit einem Tisch, das ist das, was die in Japan machen. Ich geh da jetzt hin, Leute. Oh, fuck. Wenn irgendetwas ist, dann schick ein Signal an uns. Wir stürmen da hin. Signal. Wenn in 24 Stunden nichts von mir kommt, dann... Ich würde schon fast sagen, in drei Stunden oder sowas. Die können mich auch länger sitzen lassen. Kacka, babe. Du kriegst das halt hin. Glaub an dich. Also, wir kannten uns nicht. Nicht so wirklich. Bis auf die eine Sache. Zur Not habe ich dich gezwungen. Ja. Ich werde schon... Irgendwie komme ich da wieder raus. Alles klar. Alles klar. Du, 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 du. Du, 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 du. Kebäm. Und sie setzt sich in den Pink Panther und fährt los. Du fährst los. Auf dem Weg dahin... Also, A, natürlich... Dö, 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 dö. Nein. Spürst du... Wie etwas... Wie etwas... Das, 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 das lebende, das lebende Gewebe der Matrix scheint sich leicht zu verschieben. Und... Das ist ein bisschen so, als wäre das Ganze aus Moos und ein kleiner Trampelpfad bildet sich aus unendlich vielen Gesprächsfetzen, Bildern, Videofeeds, alles bla. Von einem mächtigen, 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 fast, fast göttlichen, das ist zu viel, aber von einem mächtigen, mächtigen Wesen in der Matrix mit, 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 mit einer, mit einer Programmiersprache, die irgendwie allumfassend ist. Also, alle Sprachen der Welt, die man sich vorstellen kann, alle, die es gab, alle, die es gibt und alle, die es geben wird, scheinen darin eingebunden zu sein. Also, offensichtlich scheint das, was du jetzt gleich bekommst, von Babel direkt irgendwie inszeniert oder nicht direkt inszeniert, sondern weitergeleitet worden zu sein an dich. Du siehst, ähm, einen jungen Mann in der Evo-Konzernkleidung, Parashield, an einem Tisch sitzen, äh, ein Mann mit schütterem Haar, ebenfalls von dem Konzern kommt rein, sieht aus wie sein Vorgesetzter. Ähm, das ist übrigens ein Videofeed von der Überwachungskamera da irgendwo anscheinend. Herr, ähm, Slovak, sind jetzt endlich diese drei Subjekte da? Nein, Sir, ähm, die, die sind noch nicht aufgetaucht, aber sie hatten ja auch 24 Stunden Zeit. Gut, ähm, passen Sie auf. Vergessen Sie bitte alles, was Sie von irgendwelchen rechtlichen Standpunkten wissen. Wir brauchen gute Publicity. Machen Sie die drei einfach zu den Tätern, das kann nicht so schwer sein. Sie waren da, die beiden Frauen sehen aus, als könnte man mit ihnen so ziemlich alles machen. Sie haben sich in einem abkriegelten Gebäude irgendwie rausgestohlen und, äh, weisen Sie ihnen irgendwas nach zu dem Org, da wird irgendwas zum Machen sein, das kann nicht so kompliziert sein. Außerdem hatten wir schon, äh, einige Fehlverknüpfungen bei der, bei der Sinn dieser, dieser einen kleinen da und bei dem, bei dem Org. Also, ähm, drehen Sie es, behalten Sie auf jeden Fall alle, die da sind, so lange wie möglich hier. 24 Stunden dürfen wir, der Rest, mein Gott, Sie werden sich in einer abgeriegenden Zelle keine Anwalt nehmen, nicht wahr? Ja, fädeln Sie das ein. Ich will nicht, dass mir wieder irgendjemand die ganze Zeit im Nacken sitzt oder irgendwie Zenith und Horizons schlechte Publicity bei uns raushauen, weil wir diesen Fall nicht auf die Reihe kriegen. Scheiß auf den Org, der da irgendwie rumgeballert hat. Wir nehmen die drei, die wir kriegen können, kommen weg und dann geht's wieder. Alles klar? Und denken Sie dran, das ist auch Ihr Job. Äh, ja, natürlich, ähm, okay, äh, natürlich, äh, Sir. Ja, Übertragung Ende. Das war gemein. Du wolltest mir jetzt damit einen Gefallen tun, ne? Nö. Ist ihm auch irgendwie gelungen, finde ich. Oh Gott. Nicht hingehen, würde ich sagen. Ist es ein Gefallen, wenn du dein Leben über den Haufen werfen musst? Ich weiß nicht. Naja, ob so über den Haufen werfen oder so über den Haufen werfen. Ich meine, wozu hast du den Vorteil Paragon, hm? Es ist es, ey. Moment, kann ich das, 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 das Gespräch nochmal gerade vor meinem Auge ablaufen lassen. Der, der Typ kommt rein, zwei Verknüpfungen. Falsch, eine Verknüpfung, der Sinn war. Wir haben nur gesagt, dass zwei Verknüpfungen auf jeden Fall fraglich schienen von den beiden anderen, nicht von dir. Das heißt, meine Verknüpfung ist richtig. Obwohl, Moment, Sie haben überhaupt nicht erwähnt, welche Frau, oder? Sie haben gesagt, die eine Frau. Zwei, zwei Frauen, die soll man schuldig machen. Ja, und den anderen Ork, aber nicht den Ork, der rumgeballert hat. Ja. Ach ja, das kannst du selbstverständlich nicht speichern, da es von Barbie kommt. Ja, ja, klar, schon klar. Ich lasse es nur nochmal von meinem geistigen, ich habe ja gesagt, geistigen Auge ablaufen. Naja, ich sage das nur. Und hoffe auf die Gutmütigkeit unseres Esels zu entscheiden, ob er mich nochmal unterstützend bei meinem geistigen Auge unterstützt. Naja, das ist ja okay. Um dein geistiges Auge zu unterstützen, der junge Mann am Tisch sah nett aus und völlig überfordert mit der Tatsache, dass er irgendwas Unrechtes machen soll. Oh Gott. Ah, shit. Ich nehme die Nummer von dem Anwalt raus, die ich von Valeria bekommen habe. Mhm. Und ich rufe den an. Mein Telefonjoker. Ja, es klingelt dreimal. Guten Tag, Mr. Poppedaculous hier. Was kann ich für Sie tun? Entschuldigung, wie wäre der Name? Poppedaculous. Herr Poppedaculous, entschuldigen Sie. Ich habe ihre Nummer von Valeria bekommen. Sibylle ist der Name. Sibylle, 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 Foxy Lady, da müsste ich... Eine Sekunde, natürlich, natürlich, natürlich. Hm, aha, das liegt einige Zeit zurück. Was kann ich jetzt für Sie tun? Ich bräuchte rechtlichen Beistand. Ja, Beistand können wir alle brauchen. Ähm, ähm, inwiefern genau? Ich bin zu Parashield geladen worden gestern Abend und soll dann innerhalb von 24 Stunden auftauchen für einen Fall, in dem ich nicht verwickelt war, aber zur ungünstigen Zeit an diesem Ort war. Hm, sehr interessant. Und dass, äh, dieser Vorfall, in dem Sie nicht verwickelt waren, selbstverständlich, äh, ereignete sich auf, auf, äh, extraterritorialem Gelände? Weiß ich das? Weißt du, nein. Nein. Nicht? Ha, gut. Ähm, dann, ähm, bräuchte ich die Adresse des Ortes des Vorfalls, an denen Sie selbstverständlich überhaupt nicht teilgenommen haben. Und ein Datum wäre ganz großartig. Heute, jetzt, in der nächsten Stunde, an der Adresse hier. Nein, 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 nein. Nicht, wo Sie sich melden sollen, sondern, äh, wofür Sie da irgendwie sind, ne? Ach so. Sie verstehen schon. Ja, natürlich, äh, ich verstehe schon. Ähm, 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 ja, die Daten hier. In der Da-Straße war das nicht. Sondern hier. Oh, da hatten Sie aber nicht teil an einem immens großen Zwischenfall. Interessant. Ähm, bevor ich jetzt weiter spreche, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass mein Honorar für dieses Beratungsgespräch 300 Millionen beträgt. Ja. Vor Kasse. Überweisung kommt jetzt. Ausgezeichnet. Also, junge Frau. Es ist also folgendermaßen. Ich habe den Vertrag vor mir. Sie müssen da nicht hingehen. Ich muss da nicht hingehen? Sie müssen da überhaupt nicht hingehen. Das ist kein extra-territoriales Gelände. Der Vertrag, der mit der Polizei gemacht wurde, sieht, äh, entsprechend aus, dass, ähm, Verdächtige vorgeladen werden dürfen. Aber dann auch nur bei der Polizei. Nicht bei Evo oder Parashield. Sie sind hier als, wie ich das sehe, Zeugen, äh, vorgeladen. Das heißt, ähm, wenn Sie Ihrer Bürgerpflicht, äh, quasi, ähm, wenn Sie da der Bürgerpflicht nachkommen möchten, wäre es natürlich schön. Sie würden hingehen. Sie müssen aber nicht. Okay. Okay. Das ist, ähm... Ähm, das Einzige, was passieren kann, ist, dass, äh, aufgrund dieser Tatsache, die gesamte Evo-Korb Ihnen Hausverbot in sämtlichen Ihrer Läden und so weiter, mit des entsprechenden Sinn natürlich dann, oder irgendwelche, äh, besonderen Auflagen beim Kauf von deren Wagen, bei Operationen und so weiter, auferlegen könnte. Wie lange hältst du was an? Äh, solange wie der Konzern das will. Und das kann bis an unser Lebensende sein? Ja, in den meisten Fällen, je nachdem, an welchem, äh, Vorgang Sie genau da nicht teilhatten, äh, kann das sehr lange dauern. Meistens ist es auch mit einem Preisausschlag verbunden, ähm, damit quasi noch, äh, Wert aus der ganzen Sache geschöpft werden kann. Okay. Ja. Da bin ich ja froh. Ähm, 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 nun, Sie haben die Nummer von Frau Valeria, junge Frau. Ähm, sollte sich herausstellen, dass die Szenen, die Sie benutzt haben bei dem Vorfall, an dem Sie keinen, ähm, Handlungs-, also bei dem Sie nicht wirklich teilgenommen haben, dann, ähm, äh, ist es schwierig. Dann könnte es, äh, durchaus sein, dass die Polizei dieses Sinn vermerkt als, äh, kriminell und Sie kennen die entsprechenden Konsequenzen, Arbeitsplatzverlust und so weiter. Keine Konteneröffnung, äh, der ganze, der Fuß, der da dran hängt. Aber dazu muss die Polizei ja erstmal involviert sein und zweitens müsste ich ja dann wirklich an dem Vorfall, äh, schuldig gesprochen werden zuerst, richtig? Nein, das, das betrifft nur den Fall, dass die, äh, wie gesagt, da Frau Valeria sie, ähm, äh, mich quasi, sie an mich herangetragen hat, sollte ihre Sin-Spuren aufweisen, dass mit dieser Sin etwas nicht in Ordnung ist im Sinne von, äh, ja, Fehlverknüpfung, vielleicht, ähm, pff, dass es die Sin doppelt gibt oder dass der eigentliche Todeszeitpunkt verändert. Sie wissen, was ich meine. Nein, eigentlich nicht. Natürlich ist das bei Ihnen auch nicht der Fall. Ich habe nur darauf hingewiesen, wie die normalen Rechtswege sind. Sie haben ja in solcherlei Verwicklungen auch überhaupt keine, äh, Faden quasi. Selbstverständlich. Gut, kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Äh, nein, nein, ich denke, dann, dann, dann waren das die 300 Nuen mir wert. Einfach nur, um Sicherheit zu haben hier in der Angelegenheit, ja. Und an der Stelle tut es mir wieder leid, denn mit Ihrem Namen habe ich starke Probleme, das wieder, ähm, auszusprechen. Poppedoculus. Herr Poppedoculus, ähm, ja. Empfehlen Sie mich ruhig weiter. Ja, ich darf Sie doch, äh, hoffentlich nie wieder anrufen bezüglich irgendwelcher solcher Verwicklungen, denn, ähm, das ist unheimlich unangenehm. Nicht Ihre Persönlichkeit, bei weitem nicht, aber solch ein Fall. Sie verstehen. Ich verstehe. Ich hoffe natürlich das Gegenteil. Ja, gut verdientes Nuen wahrscheinlich, ne? In der Tat, in der Tat, und in dem Fall sogar leicht. Ja, wunderbar für Sie. Ich wünsche Ihnen damit viel Spaß beim Golfen, oder? Cricket. Cricket, ach, wunderbar, Cricket, ja, super. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Tag noch. Empfehlen Sie mich weiter, der Name war Poppedoculus. Wie schreibt man das? Piep, piep. Verdammt, jetzt hätte er es noch sagen müssen. Du hast nämlich auch keinen Namen bei der Nummer, die du angerufen hast. Ja, ich weiß nur Anwalt. Richtig. Ich wollte gerade sagen, sendet der nicht einfach einen, äh, hier digitalen Visitenkarte? Ja, wenn das, ähm, normale Rechtswege gewesen wären, sicherlich. Das fahren sie aber definitiv nicht. Sagen wir es mal so, er hat halt auch Kunden von Valeria über eine spezifische Nummer. Mhm. Okay. Okay, neue Fahrtroute einprogrammiert. Ich fahre zu Jojos Adresse. Die Spielerin weiß es nicht, die Spielerin weiß es nicht, der Spieler weiß es. Äh, ich fahre zu deiner Adresse, um dann dort, äh, zu finden, dass da niemand mehr wohnt. Ganz recht, die Bude ist leer. Ja. Also, dass ganz irgendein Penner hat sich reingelegt, ist es nämlich noch ein bisschen warm. Es klingelt Jojos, komm, Link. Ich weiß nämlich nicht, wo Steppi wohnt, by the way. Aber egal, es klingelt, äh, Jojos, komm, Link. Hallo, hallo, hallo. Sie haben mich, sie haben mich, hol mich ja raus, hol mich ja raus. Hä? Was? Entschuldigung, nix. Ich war auf dem Weg zu dir, hier ist aber keiner. Ja, ich bin ja auch quasi, na, noch nicht ganz umgezogen, nur so halb im Moment. Ja, das merke ich jetzt auch. Ich habe mit dem Anwalt gesprochen und, und, ja. Na, und? Ich gehe da nicht hin. Okay. Der hat mir was erklärt, ähm, oh, 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 und wir müssen da nicht hin. Und wahrscheinlich sind eure IDs nicht mehr richtig zugeordnet. Und, und wenn, wenn wir da hin wären, dann hätten wir echt scheiße am Hals jetzt. Ähm, richtig scheiße am Hals. Also auf gar keinen Fall da hingehen. Wir müssen jetzt auch, äh, Steppi das gleich sagen. Das fällt mir jetzt gerade mal sofort ein. Wir müssen Steppi informieren, dass er da auf gar keinen Fall hin soll. Jojo holt Steppi in den Konferenzanwurf. Hm, hallo, was ist los? Steppi auf gar keinen Fall zu Evo, auf gar keinen Fall zu Parashield. Ähm, wir müssen auch Evo und, und Parashield und alle Tochterkonzerne erstmal meiden. Und zwar, äh, länger. Ah, scheiße. Das ist mit der Sinn, oder? Ja. Ja, richtig. Mit, also, wenn ihr Glück habt, dann sind das eure Sins, die nicht richtig verknüpft worden sind. Und damit seid ihr sowieso aus dem Raster draußen. Aber generell kann euch keiner was wollen, weil wir auf einem Exterritorial, äh, nicht auf einem exterritorialen Gelände waren, als es passiert ist. Und aus dem Grund nur die Polizei uns was wollen, könnte, können, wollte, wollen. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber, da das nicht der Fall ist, ähm, kann unseres, unsere Sinn kann maximal als kriminell gemarkt werden von der Polizei. Und also, wenn die uns vorlädt, ist es ein anderes Thema, aber nicht, äh, Parashield. Parashield kann uns am Arsch lecken, auf gut Deutsch. Hm, ich verstehe die Problematik. Ah, okay, gut. Ja, dann bleiben wir da erstmal weg, auf jeden Fall. Jojo? Ja, was? Klar, nicht hingehen. Habe ich schon verstanden. Okay, ich dachte nur, du bist vom Hocker gefallen oder so irgendwas, oder hast aufgehört zu atmen. Nee, ich wurde nur gerade von der Seite zugelabert. Achso. Entschuldigung. Wer labert dich denn von der Seite zu? Kumpel. Achso, gut. Was macht ihr? Ähm, ich schraub gerade noch ein bisschen, aber, was haben wir denn jetzt vor? Also, außer, dass Steppi mal mit seiner Schwester reden muss, ganz dringend. Hat er das denn nicht gemacht? Steppi, hast du mit deiner Schwester geredet? Und, haha, ich musste auch telefonieren. Haha, kebäm. Du hast recht, ich muss telefonieren, scheiße. Sibylle verabschiedet sich hiermit von euch beiden. Ich rede in dritter Person heute von mir. Äh, mach ich manchmal. Nicht schlimm. Gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Scheiße. Kuss mit Russ. Ja, so, ich muss jetzt nicht einmal aufhören. Ich, äh, ich, ich muss mal eben telefonieren. Ja, weil Leute, die was von mir wollen. Äh, so, Steppi, bis später. Ich muss telefonieren. Ja, ist gut. Ich, äh, schau auch mal. Ich nehme an, Steppi hat versucht, schon vorher mal seine Schwester anzurufen, ne? Das andere war jetzt bloß irgendwie virulenter. Wenn jetzt, Kai, wenn sie nicht auf Textnachrichten oder sowas reagiert, man weiß ja nicht, ob man gerade sprechen kann oder so. Doch, also auf die erste Textnachricht, die du schreibst, äh, kommt zurück, fick dich, Punkt, lass mich in Ruhe, Ausrufezeichen. Nichts, was ich für dich tun kann? Du hast schon genug getan, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wenn ich deinem Macker mal zeigen soll, wo der Hammer links hängt, äh, dann sag Bescheid. Mmh, 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 lass es einfach, Punkt. Vielleicht sollte ich die Satzzeichen nicht dazu sagen. Ähm, lass es einfach. Ja, komm, du nötig hier. Weißt du ja nicht, vielleicht sollen das spezielle... Ja, das ist eine geheime Nachricht, weißt du. Eps, das ist Morse-Code. Ja. Lass es einfach, ähm, als nichts, worum du dich kümmern müsstest und auch solltest. Außer um Vitali, Ausrufezeichen. Jetzt habe ich das auch getan. Ja, ich brauche weiblichen, äh, äh, Sachverstand und schicke die Sachen an Willi und Jojo zur, äh, äh, damit sie mal mit ihrem weiblichen Geist da rübergehen sollen und, äh, sagen können, ob das jetzt eine, äh, eine Sache war, vor wegen, dass ich mich da weghalten soll oder dass ich da, äh, äh, antanzen soll. Guck an, der Herr, jetzt bin ich wieder weiblich. Was, die ganze Zeit? Jojo kann gerade nicht, ich telefoniere gerade an, weiter. Sibylle schickt ihm zurück, hau dem Typen die, die Kasse nach hinten, ey. Niemands würde meine Schwester anfassen, wenn ich du wäre, aber das wäre jetzt natürlich meine Auffassung, deswegen möchte ich dir dann reinreden, aber das ist was, was dir mein weiblicher... Ich weiß ja nicht, ob sie angefasst wird, das sagt sie ja nicht. Weißt du, wie du das rauskriegst? Mal nachgucken. Fahr hin, wenn du mich brauchst da, dann pack mich ein, ich komm da hin, äh, 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 keine Ahnung, ich, ich helf dir, Mann. Keine Frage. Es ist so, als ob ich dich jetzt in irgendeine körperliche Anwesenheit bräuchte, ich bräuchte nur einen Tipp, ob das eine intelligente Sache wäre, wenn sie, äh, so kommt. Was soll das jetzt heißen? Ja, nicht, dass sie wirklich meint, von wegen, dass wir, äh, wir uns wirklich verhalten sollen und, äh, sie, äh, dadurch nicht noch mehr, äh, Probleme bekommt, da, äh, vielleicht hat sie gar keine Probleme in diesem Sinne, ich weiß es halt nicht. Das ist eine stolze Frau. Wenn du wirklich Sicherheit haben willst, dann musst du da hin, sie dir angucken, ihr in die Augen gucken, wenn sie anfängt zu heulen und sich in deine Arme wirft, das ist deine Schwester, Mann. Dann hat sie ein Problem. Ich nehme an, ihr telefoniert, ja? Ja. Das wären sehr komische Textnachrichten. Eben. Also Jojo hat abgelehnt, die ist halt nicht in der Konversation, die telefoniert woanders. Okay, solange Steppi noch überlegt, geht Matryoshka ran. Jojo würde am ehesten hinfahren. Auch noch? Ja, am ehesten würde sie das tun. Also kurz telefonieren, ob die da ist und wenn sie jetzt sagt, dass... Okay, dann kannst du hinlaufen, ist ja nicht weit. Ja. Ja, ähm, war das nicht dein, 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 äh, Konter-Kaffee? Mhm, eigentlich ja. Das beschreiben wir in anderen Mal. Ja, in diesem Fall jetzt nicht. Okay, gut, ihr trefft euch irgendwo anders, alles klar. Ähm, aber hier, Matryoshka musst du trotzdem beschreiben, kenne ich nix. Matryoshka. Ja, genau, die gute Dame ist so um die 30 bis 35 Jahre alt, ähm, ist ein, ein Norm, nee, war das eine Elfe? Eine Elfe hab ich aus ihr gemacht, genau. Ist, ähm, eine Elfe, aber für eine Elfe eigentlich relativ durchschnittlich, also... Orkisch. Nee, nicht orkisch, aber das ist so eine, weißt du, die siehst du auf der Straße und die vergisst du dann noch relativ fix wieder. Ähm, was sie auszeichnet, ist, dass sie irgendwie immer so eine Art, nee, die hat immer so ein bisschen so einen mütterlichen Ausdruck im Gesicht, wenn sie jemanden sieht, der irgendwie in das Raster passt. Also, wenn es jemanden gibt, dem es vielleicht nicht ganz so gut geht, oder wenn es... also, sie ist eine Frau, der permanent der Uterus leuchtet, sagen wir es mal so. Sie ist, ja, halbdurchschnittlich groß, hat so aschblonde, halblange Haare und ansonsten kleidungstechnisch auch eher unauffällig, gibt sich auch nicht besonders viel Mühe, was das angeht. Ähm, ja, hat halt so ein recht schmales Gesicht und immer irgendwie so ein komisches mütterliches Lächeln auf dem Gesicht, was ziemlich irritierend wirken kann zwischenzeitlich mal. Wie spät wird es da ungefähr sein, so gegen Frühjahr, Frühjahrmorgen, ne? Also nicht Frühjahrmorgen, sondern Frühjahrmittag, irgendwas, ne? Je nachdem, wie lange das Ganze jetzt gedauert hat, wahrscheinlich so zwischen halb zehn und halb elf irgendwann. Ja, gut, dann kann man sagen. Guten Morgen, Jojo! Hallo! Ähm, heute gar nicht im Café, was ist denn los mit dir? Hm, na, ich hatte eine relativ ruhige Nacht. Und... Bist du krank? Ne, aber ich hatte Frühstück zu Hause. Ne, ne, aber du hattest eine ruhige Nacht, was ist denn da los? Nichts, was soll denn da los sein? Hast du Liebeskummer? Auch nicht. Wieso hast du denn, seit, also, seit wann hast du denn relativ ruhige Nächte? Hm, na, indem ich Nächte hab, in denen ich auch zwischendurch mal irgendwie was tun muss, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Also eine arbeitsreiche Nacht, oh Gott. Ähm, hier hast du, äh, sie, sie, äh, kramt in ihrer Tasche rum, gibt dir ein wenig getrockneten Fisch. Ah, cool, danke. Das isst mal in Russland. Ich weiß, dass es nicht gut schmeckt, aber es ist, äh... Hier hast du mal getrockneten Fischkind. Kaufe den Eis dafür. Ich bin frisch gepresst. Ja. Mit allem rum und dran. Hat den letzten Wochen gesammelt. Der Katze geklaut auf dem Mülleimer. Grad gut genug für Jojo. Schuldigung. Ne, war das super. Scheiße. Jetzt kann ich's nicht mehr ernst nehmen. Verdammt. Also vorher ging das natürlich. Ja, aber jetzt sind meine Gedanken bei Fisch abgeglitten. Ich stell dir jetzt mal Jojo vor, wie sie da auch den Fisch anstarrt, der so getrocknet und steif in ihrer Hand hält. Und dann so anfängt zu kauen und einfach zehn Minuten brauchen, um da ein Stück abzubeißen. Die lutscht daran, weil sie den kaltigen Fisch guckt runter. Sie steht, sie guckt das Ding an, Mensch, da steht schon wieder wieder eins und dann, ähm... Bei dir gleitet's immer sofort ins Sexuelle ab, weißt du? Reiß ich mal sein, Fummi. Was soll ich dagegen tun? Es geht hier nur um getrockneten Fisch. Richtig. Ja, eben. Der riecht zwar wie was anderes auch, aber das hat jetzt damit eigentlich gar nichts zu tun. Dann ist da irgendwas ziemlich falsch gelaufen, so sollte es nicht riechen. Ich weiß. Ist trotzdem lustig. Scheiße. Äh, Entschuldigung, getrockneter Fisch. Entschuldigung. Ja, sie hat diesen Fisch in der Hand. Erstmal ein bisschen knabbern. Guck mal fischlieren. Ich bin jetzt ruhig. Äh, mir geht's gut. Danke. Na, danke. Ich bin voll versorgt. Du hättest die ganze Zeit angestaut, das Lachen. Wow. Das war jetzt aber schlimm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich einen Teamspeak-Server ausgestattet habe, ey. Du klingst gerade so filterlich alt. Ah, ich muss mich auch gerade zusammenreißen. Das ist alles nur wegen einem getrockneten Fisch. Frisch gepresst. Ich hab mir den jetzt aber auch so wunderbar gerade vorstellen können, wie Jojo, total glücklich am Tisch sitzt zuerst, dann kriegst du so ein Fisch die Hand gedrückt und das Gesicht fällt einfach nur runter. Hier, Kind, hast du getrocknet. Kannst du dir das vorstellen als Kind? Weißt du so, wenn's wenigstens ein Lolli gewesen wäre, aber nee. Oh, da siehst du mal vielleicht ein russisches Kind, was das jetzt hört, wird sich denken, was für ein Scheiß, was ist denn da so witzig? Wir kriegen laufend getrocknene Fische. Für uns ist das voll witzig. Stimmt es, dass ich das vor nicht allzu langer Zeit mal gesehen hab, da hab ich diese blöden Fische mal gesehen, ey, die sehen nicht so aus, als ob man die essen sollte. Boah. Back to topic. Ja, du unterhältstisch mit einem getrockneten Fisch in der Hand, ich bin ruhig. Du bist also voll versucht, das ist doch gut, ich hab mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Warum eigentlich? Naja, weil irgendwie bei dir immer, du hast also ruhige Nächte, weiß ich nicht. Komm manchmal vor. Okay, na, dann ist ja alles gut. Ich dachte, das ist voll in deinem Sinne. Ähm, naja, du sollst ja auch ein bisschen Spaß haben. Ja, natürlich ist es in meinem Sinne, wenn du dich auch mal ausruhst. Du hast gesagt, ich, ich, äh, muss mich ein bisschen sputen, du hast gesagt, es ist was Geschäftliches. Ja, quasi. Ich wusste gar nicht, dass unsere Geschäfte jetzt auch von dir ausgehen. Naja, so halb. Ähm, ich hab eigentlich gehofft, dass du mir, also sagen wir es mal so, ich suche jemanden. Ich müsste jemanden finden und ich hoffe, dass du mir da vielleicht weiterhelfen kannst. Okay. Ja, und zwar, warte, sie schickt dir ein Foto. Der Typ. Boah, dieser dreckige, kleine, abgefuckte Spasti. Ja, genau, dieser dreckige, kleine, abgefuckte Spasti. Genau der. Jeder kennt den, außer wir. Ey, sag mal, was, boah. Ey, warum suchst du den denn? Na, er hat Scheiße gebaut und irgendwer muss das wieder ins Lot rücken. Also nicht für ihn, sondern für jemand anderen und, ähm, deswegen suche ich den. Wie jetzt ins Lot rücken? Der Typ, der schuldet mir über 3000 Yen. Oh, gut, dann habe ich noch mehr, warum ich ihn suchen kann. Wenn ich ihn dann vielleicht finde, dann kann ich ihm vielleicht noch eine Nachricht von dir übermitteln, wenn du das möchtest. Wie, Nachricht übermitteln? Ich will mein Geld sehen. Ja, ja, das meine ich ja. Wenn ich, wenn ich ihn finde, dann kann ich mal gucken, ob ich da noch was tun kann für dich. Der kleine, abgefuckte Lutscher, ähm, du hast deinen Fisch noch gar nicht angerührt. Ähm, also dieser, dieser Hohensohn. Ja, sie beißen den Fisch. Wie war das denn, wie war das denn? Das Ding ist, da er mir so viel Geld schuldet, habe ich natürlich auch schon versucht, jemandem zu sagen, hier, bring den mir mal an und dann brichst du ihm die Nase und dann gibst du mir das Geld. Aber hat ihn nicht so richtig gefunden. Ähm, aber. Da müsstest du was einfädeln, ich hab ja noch seine Nummer. Also ich mein, wenn ich ihn anrufe, kommt er natürlich nicht, aber wenn du ihn irgendwo hin bestellen könntest, hast du ihn natürlich. Deine Nummer, du machst mich glücklich, wenn du mir die gibst und ich gucke danach, dass ich auch irgendwas arrangiert kriege, dass er dir dein Geld gibt oder ihm zumindest einen Denkzettel verpasse, damit er vielleicht... Moment, Moment, Moment. Oder was du willst. Soweit ich weiß, wolltest du irgendwas, was eher Scheiße gebaut hat, gerade rücken für jemand anderes. Ja. Das heißt, du willst sicher mit ihm reden. Ja. Und sicherlich will er nicht mit dir reden. Vermutlich. Ähm, naja, dann wirst du ihn ja bestimmt irgendwo fixieren. Wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, ja. Und dann wirst du ihn dort lassen. Und du, ich soll dir dann Bescheid sagen, wenn er da ist. Genau. Alles klar, das können wir machen. Das klingt doch schön. Gut. Also hier hast du deine Nummer. Cool, danke. Alles klar. Ist sonst wirklich alles bei dir in Ordnung? Ja. Es wird immer besser. Du siehst so blass aus. Und was ist denn das da unter dem Stirnband? Hä? Was das unter dem Stirnband ist? Ach so, nichts Besonderes. Und zwar... Ist das wichtig? Nö, es sieht bloß so komisch und unbequem aus. Nö, das ist schon okay. Okay. Dann ist ja gut. Alles klar. Dann sage ich dir Bescheid, wenn ich habe, was wir beide suchen. Und dann mache ich mich jetzt mal vom Acker und gucke mal, dass ich die Flachpfeife finde. Das wäre super. Ja. Okay. Dann mach's gut. Und danke für den Fisch. Ja, na klar. Sie gibt dir noch den Rest der Packung. Cool. Jo, hier steck die Packung ein. Die alte war jetzt aber... Arm zieht dich. Aber hier, Knecht Schluckspecht, die alte war jetzt schon ein wenig fischig, oder? Die lässt ihre Schuldner gerne ein bisschen zappeln. Im Netz. Wie im Netz oder wie ein Fisch an Land, weißt du? Richtig. Fisch auf dem Trocknen. Ja. Ja. Jojo grinst und verabschiedet sich dann, ruft dann Steppi und Billy an. Heilbutt. Sorry. Wir brauchen irgendeinen guten Titel für die Folge, bitte mal. Buttje, Buttje, Timpe, Tay. Oh, die Ilse will, will nicht, wo er weg wohl will. Richtig. Ah, das war noch Kultur. Das war noch, vor allem, dass du das zusammenkriegst. Respekt, mein Freund. Natürlich. So, also. Wow. Sieht an. Wer ruft an, wo? Nein, Julio. Ich beide. Achso, stimmt. Heilbutt. Ja? Hallo? Ja, hallo? Hör, Steppi, alter Hecht, du. Oh Gott. Warum sind wir auf die Fischwitze nicht eher gekommen? Das hätten uns wie Schuppen von den Augen fallen müssen. Ne, wie Schuppen aus den Haaren. Ich bin platt wie der Flunder gerade, ey. Okay, ich glaube, wir sind albern jetzt. Ach, Quatsch. Oh mein Gott. Ja? Jojo? Scheiße. Hast du noch einen Fisch im Mund gerade? Was ist los? Ah, hier schmeckt gerade alles nach Fisch. Ich gucke gerade im Film einen Fisch namens Wander. Siehst du, ich bin vorhin immer Findet Nemo gestolpert. Du hast ihn gefunden? Ja, ich hätte das Spiel direkt gewonnen von Anfang an. Gut. So, ja. Ja, ja, Nemo war gerade mit Ariel im Bett und, ähm, naja, egal. Ich habe eine Nummer. Also nicht geschoben, sondern ich habe eine Nummer. Mit Ariel? Beides ist geil. Achso, von wem hast du eine Nummer? Na, von unserem Freund. Dem Froschkönig? Ne, jetzt schweibst du aus. Okay, jetzt schweibst du aus. Dem Schwertfisch. Ähm, nicht ganz. Mir fiel nur gerade kein anderes, nichts anderes ein. Was passt. Ihr wisst, was ich meine. Dem Fischkopf Gunfist meinst du? Richtig. Awesome. Äh, du hast die Nummer? Ich habe die Nummer. Okay. Baby. Dann müssen wir den jetzt nur noch ins Netz holen. Ja, pass auf. Ähm, ich habe mit dem jemandem gesprochen und die Sache ist die, wenn wir den Kerl haben und irgendwie ein bisschen mit ihm geplaudert haben, dann muss ich da anrufen, weil die auch noch was, also weil die Person auch noch was mit ihm zu klären hat. Deswegen müssten wir ihn dann erstmal festhalten. Aber das sollte ja alles gehen. Festhalten. Ja. Wie ein Fisch im Netz. Mhm. Wir lassen einfach den Haken im Maul. Genau. Und dann zappelt der. Wenn wir den Fisch am Haken haben, dann, äh, ja. Dann brauchen wir keine Würmer mehr. Richtig. Können wir uns entwurmen lassen vorher. Stopp, die Wurmquälerei. Angener angeln mit Avocados. Ja. Wow. Ähm. Ähm. Plan machen, wo? Wann treffen? Plan. Jo, wir treffen uns. Am besten so schnell wie möglich. Und keine Ahnung wo. Ähm. Ich weiß wo. Steppi, wo wohnt deine Schwester? Nein, da will ich nicht hin. Nee, das ist keine gute Idee. Okay. Spikes Gebiet, Babe. Davon ab, äh. Da sollten wir jetzt erstmal nicht hin. Oh, kulderbar. Außerdem können wir ihn uns fast überall hinholen. Ich meine, das ist so ein, äh, mein... Zu Not treffen und so anders ein Schof, Leno. Mein, äh, hier, äh, Schwager hat gesagt, dass der Typ, äh, in, äh, so'n, so'n Shadowrunner ist. Was? Jeden noch nie Carl Comet Mage gesehen? Na, das war doch klar, oder? Zumindest, dass er sich dafür hält. Also, Flummi hat mir sowas schon mal erzählt und Vicky hat mir sowas auch schon mal erzählt, aber ich hab immer noch keine richtige Ahnung, was das eigentlich sein soll. Das sind so, das sind so Söldner effektiv. Okay, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir treffen uns wo? Ähm. Stuffercheck? Okay, das heißt Stuffercheck. Nee, nicht im Stuffercheck. Warum nicht? Nee. Ist doch egal, wir sind in Russland. Das ist doch geil, wie die jetzt auch sprechen. Ja, gerade darum, von wegen, da holt man hin, das ist komplett, äh, unten, da denkt niemand an irgendetwas Böses. Außer letztes Mal, wo ihr da eine Knarre gezogen habt. Richtig. Mit ihr, ich. Hm, warte mal. Oh, wir treffen uns im Stuff jeder, was haltet ihr davon? Oh, russisch essen, Fisch am Stock. Borscht. Und Borscht. Borscht, Barsch, klingt alles gleich. Borscht. Blau, Barsch, Bube. Und Meerjungfraumann. Ja. Ja, nee, dann, äh, dort. Alles klar, dann ist, glaube ich, ähm, oh Gott. Es entschafft ihr nur eins, ich glaube nicht. Aber an der Grenze ist auf jeden Fall eins. Äh, Jules, schickt euch eine Adresse. Da vielleicht? Passt. Gut. Jo. Ja, Krittling an. Und hingedüst. Jo. Brum, 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 brum. Ey, kommt an, ne? Ja, ja. Ist halt das, äh, das, äh, Fastfood-Ketten-Ding für russische Ehrenbürger mit Sachen wie Piroggen und Pelmeni und, ne, so ein Gedöns halt. Und Suppe. Ein bisschen besser eingerichtet, als der gemeine Stafferscheik hat, aber dafür halt auch nur Nahrungsmittel und nicht die ganzen anderen Krams. Okay, dann bestellen wir uns noch. Also ich möchte gerne eine Borscht haben. Eine traditionelle Borscht. Ja. Nö, sorry. Weil der hat auch nichts dagegen. Ja, also sorry. Kannst du den jetzt wagenrufen? Kommt ja auch. Moment, wir machen jetzt F. Hm? Hä? Was dachtest du denn, Steppi? Ach so. Dass wir den jetzt direkt anrufen und mit uns an den Tisch bitten, oder was? Der ist doch eh sauer auf uns. Warum? Der weiß doch noch nicht mal, wer wir sind. Das wird er bald wissen. Das hat Vicky aber gesagt. Hat sie nicht. Nee, nee. Vicky hat gesagt, dass er doch die drei Typen sucht, die dafür verantwortlich sind, dass er einen Plan in die Hose gegangen ist. Aber nicht, dass er weiß, wer es ist. Genau, genau. Nein, aber dass er zumindest die drei Typen sucht. Ja, dann sind wir halt nur zwei oder nur einer und zwei lauern auf ihm. Ja, ja, nee, bla, keine Ahnung, auf jeden Fall. Cool. Erstmal essen. So, essen. Da, Eintöpfe. Come on, Essen für mich. Essen, Essen, Essen. Ah, immer diese Essen. Also, Jojo, wie hast du jetzt die Nummer gekriegt? Immer eine Bekannter. Und warum kennt die den? Ist das egal? Nee, ist nicht egal, weil Hintergrundwissen macht schlau, macht Pläne machen einfacher. Na, woher sie ihn genau kennt, weiß ich natürlich auch nicht. Das habe ich nicht gefragt, aber ich weiß, dass er ihr Geld schuldet. Ah. Ah, deswegen will sie ja gerne nochmal selber ein paar Worte mit ihm wechseln. Oh, okay. Das heißt, der junge Mann weiß, dass er auch nicht unbedingt sich mit jedem treffen will. Zumindest nicht mit ihr, aber wenn wir ihn anrufen, ist das vielleicht nochmal was anderes. Allerdings müssen wir uns halt dann überlegen, womit wir ihn ködern. Gegebenenfalls mit der Sache, dass wir entweder mit einem Auftrag, also dass wir behaupten, wir hätten irgendwie, keine Ahnung, oder dass wir wissen, dass wir mitgekriegt haben, dass er da jemanden sucht und dass wir da vielleicht Infos drüber haben. Hm. Der hatte doch was über den Blossom gesagt, oder? Yep. Aber nicht viel, der hat nur den Namen erwähnt. Der hat nur gesagt irgendwie dann, ach scheiß auf diesen Blossom und bla, irgendwie sowas in der Art. Hat er, glaube ich, gesagt. Mensch, nicht recht im Sinne. Hm. Mal ganz kurz, äh, wie heißt denn der typische Johnson in Russland? Ich hab mir überlegt, ob ich in Rom tatsächlich die Johnsons das Murnov nenne, aber ich hab mir dann gedacht, scheiß drauf, nennen wir sie doch einfach Johnson. In Moskau meinst du? Ja, in Moskau nennen wir sie trotzdem einfach Johnson. Warum nicht Morozov? Ja, weiß nicht, bei Smirnov muss ich immer an Wodka denken und Morozov und so was, die nächsten häufig russischen Namen, die sind eigentlich so schön, sie heißen trotzdem Johnson. Okay, dann nennen wir sie Johnson. Macht's einfacher. Okay, ähm. Sollen wir da als, ähm, Auftraggeber aufschlagen? Ich weiß nicht, wie man sich da verhält. Und drei? Na, keine Ahnung. Ähm, das Ding ist halt, dass, na, es gibt halt die beiden Möglichkeiten. Entweder wir wissen, also haben halt mitgekriegt, dass er wen sucht und können ihm da halt Infos drüber liefern, wenn ihn das interessiert. Ähm, die zweite Möglichkeit ist halt, dass wir ihm irgendwie, keine Ahnung, dass wir ihm wirklich einen Job vermitteln wollen oder gehört haben, dass er irgendwie einen Job sucht. Aber dann würde er uns vermutlich fragen, von wem wir die Nummer haben. Wir haben ja auch noch seinen Aufnäher, ne? Ja, und? Wie soll uns das weiterhelfen? Wir können ja sagen, wir haben seinen Aufnäher gefunden. Ja, und? Das wird den, glaube ich, kaum interessieren. Das ist ein verdammter Aufnäher. Also, ganz ehrlich, wenn mich jemand anruft und sagt, hey, ich hab ein Patch von dir gefunden, dann steh ich da und sag mir, ja, toll, hol dir einen drauf runter oder klebst dir in die Nase. Vielleicht hat er ja eine starke emotionale Beziehung zu dem Ding. Ja, das würde ich vielleicht als, als Worst-Case-Szenario nehmen. Ey, hier, du, wir haben voll den geilen Auftrag für dich. Ach, willst du nicht? Ach, übrigens, wir haben dein Patch gefunden. Ja, siehste? Und deine Nummer stand drauf. Ja, wir drehen mal den Patch um, vielleicht steht ja die Nummer drauf. Dieselbe. Scheiße. Nee, aber, ähm, wie willst du denn... Ahelglatt, denkt er dann nur. Ahelglatt. Und, ähm, ich weiß es nicht. Also, mir würde halt am ehesten die Nummer, also, einfallen mit, wir haben Infos über die Typen, die du suchst. Die drei, die abgehauen sind. Aber dafür wollen wir halt eine Gegenleistung und deshalb wollen wir uns mit ihm treffen. Oder einer oder zwei von uns theoretisch. Wir sollten offiziell als einer aufschlagen bei ihm. Ja, eine. Also offiziell am Telefon mit ihm, am Comlink mit ihm. Genau. Du hast den Wegwerf-Comlink noch? Natürlich habe ich meinen Wegwerf-Comlink noch. Kannst du deine Stimme modulieren? Nö, muss ich das? Er kennt doch meine Stimme nicht. Ein bisschen schon. Ja, ein bisschen. Aber er kennt doch meine Stimme nicht, ist doch Wurst. Das ist doch scheißegal. Das macht immer mehr Eindrücke, wenn man seine Stimme moduliert. Findest du? Ja. Das klingt dann aber viel unechter und viel zwielichtiger. Oh, stimmt. Da ist mir gerade mein Fehler aufgefallen. Aber trotzdem. Ich meine, wir müssen uns hinterher ohnehin mit ihm treffen. Und da ist es Wurst, wenn ich meine Stimme moduliere oder nicht. Verstehst du? Also einer sollte sich mit ihm treffen. Ja, einer sollte sich treffen, aber... Und die anderen beiden machen den Hinterhalt fertig. Quasi. Und die ziehen das Netz dann zu. Oh yeah. Wenn die Forelle im Barsch ist. Ja, langsam wird's doof. Ja. Nichtsdestotrotz, also ich... Vom Prinzip her, wo sollten wir den Typen hin bestellen? Das ist die Frage. Gott, reich im Teller. Mach du mal. Ähm, naja, möglichst an irgendeine Stelle, die ihm vielleicht weniger verfänglich erscheint, als sie wirklich ist. Also, ich sag mal, wenn wir ihn an eine bestimmte Stelle bestellen, dann wird der vermutlich auch anfangen, Vorkehrungen zu treffen, weil er ja paranoid ist, weil es ja um irgendwelche Sachen geht, wo er Scheiße gebaut hat und bla und wie auch immer, ne? Ähm, das heißt, er wird vermutlich auch sich irgendwie absichern, vielleicht, wenn er nicht ganz dumm ist. Er ist ganz dumm, aber ich möchte nicht auf seine Dummheit bauen, das hat letztes Mal schon nicht geklappt. Ähm. Aber das bedeutet halt, dass wir auf jeden Fall eine Stelle brauchen, die sich entweder für einen Hinterhalt eignet, ähm, oder, ja, keine Ahnung, also die sich eigentlich am besten für einen Hinterhalt eignet. Und vor allen Dingen irgendein Gebiet, das nicht pralle ist und wo es egal ist, wenn da mal irgendwas ist, also irgendein D-Gebiet oder so. Irgendwo auf, äh, Falcons-Turf? Nee. Der wird ja nicht hinkommen, wenn er grob in der Umgebung der, äh, Sparkler. Spikes. Spikes ist. Ähm, naja, das weiß ich nicht, ob der da, wenn er nur, weil er in einem Gang-Gebiet rumgeistert, ich meine, ich geistere auch durch, durch andere Gang-Gebiete rum, so ist das nicht. Du bist auch Jojo. Ja, und? Du bist ja noch nicht mal wirklich in einer Gang drin, soweit ich weiß. Ich meine, klar, du arbeitest für die einen, aber es hast ja jetzt nichts, äh, dass die anderen... Bin ich nicht, aber ist der doch auch nicht? Das wissen wir nicht. Na, er hat keine Gang-Farben getragen und nichts. Ich sag's noch. Wie dem auch sei, ähm, ich will, ganz ehrlich, ich würde den in Stafford-Check grob in seiner Umgebung, äh, hinpacken. Nee, Stafford-Check eben nicht. Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Das ist viel zu öffentlich. Weil da Kameraüberwachung ist und weil wir den einsacken müssen. Wo ist keine Kameraüberwachung? In den Wohngebieten drumherum. Da bitte auf keinen Fall hinkommen. Warum nicht? Weil er da eben auch sich nicht sicher fühlt, wenn er dann so, äh, paronit ist. Ja, vermutlich. Ich weiß es nicht, aber ich würde ihn auf gar keinen Fall in den Stafford-Check packen. Das ist doch noch viel dümmer. Da können wir ihn doch noch gar nicht, da können wir ihn doch erst recht nicht einsacken. Weißt du, da steht dann noch der Typ da irgendwie, der eh immer im Stafford-Check ist mit seiner Schrotflinte hinterm Tresen und hat da vielleicht noch nicht mal Bock, dass da Theater ist? Auf gar keinen Fall. Was wir machen können, was wir machen können ist, äh, einer von uns dreien trifft sich mit dem und labert ihm zu und wir sacken den einen, wenn er aus dem Stafford-Check wieder rauskommt. Äh, also, ich weiß nicht. Ich meine, er wird die Gegend ohnehin abklappern und er wird ohnehin irgendwie gucken, ob da irgendwas mit Hinterhalt ist oder nicht Hinterhalt ist. Dann können wir ihn auch direkt woanders hinzustellen. Das muss kein Stafford-Check sein. Also, ich bin ehrlich gesagt wirklich gegen den Stafford-Check, weil A, sitzt da immer jemand, der keinen Bock drauf hat, dass es Stress in seinem eigenen Stafford-Check gibt und der notfalls auch mal die blöde Schrote rausholt oder vielleicht sogar tatsächlich mal die Bullen ruft, um zu verhindern, dass sein Laden da kurz und klein geschlagen wird. Und zum Zweiten, ähm, glaube ich, hält ein ewig langes Gespräch der ganzen Kiste auch überhaupt nicht stand, verstehst du? Ähm, das muss schneller gehen alles. Und ein Risiko ist ohnehin immer da. Aber dann will ich eigentlich nicht noch ein Kameraüberwachtes, vielleicht noch irgendwie mit irgendeinem Typen, der zumindest das Potenzial hat, irgendwie Scheiße zu bauen. Irgendwie will ich da nicht auch noch im Rücken haben und dann noch irgendeinen Unbeteiligten daneben stehen haben, weißt du? Also wenn er sich nicht sicher fühlt, klar, deswegen ist ja der Witz dabei, irgendwie die Information so, für ihn so interessant zu machen, dass es ihm egal ist und dass er das Risiko eingeht. Das ist eben, entweder wir bieten ihm halt einen Job an oder wir sagen halt, hier, pass mal auf, mein Freund, wir haben Infos, die für dich vielleicht interessant sind. Wer könnte ja sagen, da er irgendwas mit dem Blossom zu tun hat, dass die drei, die von Blossom auch an dem Abend geschickt wurden, dass wir die kennen. Also dass die Person, die ihn anruft, dass die ihn kennt. Wir wissen ja nicht, wer von uns dreien also den anrufen wird. Und dann müssen wir den auf den Turf bestellen, wo er sich relativ sicher fühlt, aber wo wir die Oberhand trotzdem haben. Das, denke ich, sollte unsere Idee sein. Das ist quasi doppeltes Spiel. Er sollte meinen, dass er da sicher ist, aber er da eigentlich nicht sicher ist. Also wenn Stuffer Shack dann irgendein Stuffer Shack, das eigentlich leer geräumt ist und das wir quasi für unsere Zwecke nutzen, wo dann die Kameraüberwachung ausgeschaltet ist und wo einer von uns quasi hinterm Triesen steht als Verkäufer oder so ein Scheiß. Ganz kurze Frage, sorry dafür, aber Karamell Lounge, B-Gebiet, der Parking Lot, wie war denn der ausgestattet, lieber SL? War das so ein groß überwachtes Ding und da hast du keine Chance, da irgendjemand mal eine dunkle Ecke interessiert? Ist halt ein B-Gebiet. Ist halt ein B-Gebiet und die anderen beiden haben doch ohnehin jetzt schon belastete Sins. Okay. Also ist zu gut, um den da einfach mal abzudingsen. Ein anderer Strip-Club. Da gibt es viele, vor allem in Don's Koi. Aber da haben dann meistens auch die Betreiber was dagegen, wenn du Leute aus ihrem Laden kidnappst und je nachdem, wer der Betreiber ist. Entschuldigung, aber die Idee war nicht, den aus dem Laden zu kidnappen, sondern den an einem Strip-Club hinzubestellen. Okay. Ja, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten in der Richtung Strip-Clubs jeden abgefuckten und weniger abgefuckten Couleurs. Was denkt ihr denn, Lieben zwei, über die Idee? Welche nochmal ganz genau? Also sich irgendeinen Strip-Club in einem CD-Gebiet zu suchen, mit einem Parkplatz, der soweit nicht überwacht wird, dass wir im Endeffekt den Grad, was weiß ich, wenn er aussteigt, kommen wir auf ihn zugelaufen, schießen ihn direkt in die Fresse rein, nocken ihn aus, fahren ihn woanders hin und dann nehmen wir uns ihn zur Brust. Was haltet ihr davon? Ding, 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 ding. Ist wirklich fast egal. Ich würde aber behaupten, dass es möglicherweise schwieriger mit ihm zu reden ist, wenn er einen wahrscheinlich in die Fresse bekommen hat. Na, aus noch und irgendwo anders hinbringen müssen wir ihn ohnehin. Es ist nur klüger, wenn wir ihn irgendwo hinbestellen, wo er halt auf jeden Fall hin muss, weil wenn wir ihn jetzt zum Strip-Club gestellen, dann ist es halt die Frage, wie er ankommt. Es muss ja nicht mal sein, dass er mit dem Auto kommt und das Auto auf den Parkplatz abstellt, weißt du? Das ist mein größtes Problem. Ich weiß halt nicht, wer ankommt. Also wenn wir uns irgendeine Location, irgendein Haus, irgendwas anderes besorgen, dann könnten wir halt zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wenn wir ihn irgendwo dahin bestellen quasi, dass er da auch wirklich erscheint an diesem Platz. Und nicht, dass irgendwie wir darauf angewiesen sind, dass er mit einem Auto kommt, mit dem er vielleicht gar nicht kommt, weil wir nicht wissen, wie er da hinfährt. Auch wenn ich die Idee gut finde, aber ich weiß halt nicht, ob er mit dem Auto unterwegs ist oder nicht. Ich habe ihn noch nie in einem Auto gesehen. Du hast ihn auf dem Motorrad gesehen. Stimmt. Stimmt, ich habe ihn auf dem Motorrad gesehen. Dass er dann zerschrottet wurde. Ja, genau. Ah, ja, stimmt, das ist ja Schrott. Scheiße. Steppi, dein Bruder wurde vor vier Tagen jetzt vermisst. Letztes Mal gesehen vor vier Tagen. Gut möglich, ja. Fünf mittlerweile. Fünf mittlerweile. Ist das richtig, SL? Ich gucke schon nach Sekunden. Ich denke, vier müssten das jetzt sein. Das ist ja jetzt noch eine Nacht vergangen. Ja, das wären dann vier meiner Ansicht nach. Am 2.12. ist einer verschwunden und am 15.12. ist einer verschwunden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das waren einmal dann sieben Tage bis zum 9.12., wo Gorday Fomin verstorben ist. Und am 22.12. ist die Galina Krylovs verstorben. Wir haben also sieben Tage, würde ich behaupten. 29.01. kam als erstes Mal nicht mehr zur Arbeit übrigens. Das waren schon vier Tage dann. Am 2.12. Also das war 29.30.31. Das sind drei. Erster. Zwo da, ne? Und heute ist der dritte. Ja. Das sind sechs Tage schon durch. Wir sollten mal langsam die Hosen wackeln lassen. Naja, ich hab mich jetzt auch gerade. Ah, fucking hell. Und? Ähm. Gibt's noch irgendwie so eine Art, nicht direkt Stuffer-Check, aber irgendwas anderes, wo keine Person mehr drinsteht? Einfach nur so einen Automatenladen, wo man sich treffen kann? Ohne Kameraüberwachung? Oder die haben alle Kameraüberwachung, ne? Ja, die meisten schon. Ähm. Je nachdem, wo der Stuffer-Check ist, you know a guy. Und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Stuffer-Check-Typen, der sagt... Das war meine nächste Idee. Ich mach meine Kamera mal aus und du gibst mir ein bisschen Geld, dann kriegst du meine Uniform und dann bin ich mal ein paar Stunden weg. Mhm. Das war meine... Meine erste Idee war, dass ich mir den Stuffer-Check von dem Kerl schnappe, von dem sie auch Schutzgeld eingetrieben hat. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das zu nah am Falcons-Gebiet ist. Ja, vor allen Dingen ist das ganz schön. Geht nicht mit Falcons. Eben, 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 eben drum. Deswegen. Ähm. Ne, aber weil du das vorhin gesagt hattest mit, wir schaffen uns einen Stuffer-Check, du kennst da einen in Don's Koi. Cool. Hast ja auch immerhin einen Vorteil gekauft. Leute, ich hab ne Idee. Jo. Stuffer-Check bleibt, aber vielleicht, ähm... Na, sagen wir es mal so, wenn ich... Wenn wir... Ich müsste da mal ein bisschen labern, aber möglicherweise... Glücklicherweise kriegen wir da einen Kerl, der uns quasi seinen Laden mal für ein paar Stunden überlässt, wenn du verstehst. Und seine Uniform für ein paar Stunden überlässt. Und die Kameras mal ausmacht. Und dann können wir ihn dahin bestellen. Das ist unverfänglich genug und er ahnt nix. Und wir wissen aber trotzdem... BABÄM! Weißt du? Go, go, go! Deal? In Don's Koi. Ja, hau rein! Alles klar, mach ich klar! BABÄM! BABÄM! Aha, da hatten wir ja dieses Mal alles Mögliche dabei. Lachen, Dramatik, unglaubliche Twists der Charaktere, weitere Offenbarungen von Sibylle und ihrem ausgesprochen merkwürdigen Lebenswandel. Und noch ganz anderes Zeug, wie zum Beispiel die Einleitung von unserer Susi von Herzblatt, a.k.a. Stevan. Und natürlich das aller, aller, allerwichtigste an der ganzen Sache, getrockneten Fisch. Ob dann unsere drei Protagonisten nun in der Folge 7 auf Gunfist treffen werden oder nicht, hört ihr dann also beim nächsten Upload. Und wir hoffen, ihr hattet soweit Spaß. Euch hat das Ganze gefallen. Und wenn denn so ist, dann hinterlasst doch bitte einen Kommentar auf unserer YouTube-Page. Last but not least möchten wir ganz kurz an der Stelle noch sagen Hallo an Snowcat von www.snowcatland.com und ihrer Shadowrun-Gruppe, die regelmäßig ihre Abenteuer auf ihrer Webseite veröffentlicht. Schaut mal rein, da gibt es eine Menge zum Lesen, eine Menge zu erfahren und auch viel Background zu Shadowrun und der ganzen Geschichte, dem ganzen Universum. Erzählt von Snowcat aus ihrer Perspektive. Wirklich eine interessante Sache. Außerdem die neue Folge von den Leuten von Plüschgranate, von Victory Road, wurde auch hochgeladen. Auf YouTube könnt ihr damit auch jetzt dann sehen, wie es weitergeht bei Ben, Domme, Redstone und Pinnie. Und wie immer natürlich gehen Grüße raus an die Leute vom Hidden Grid, die jetzt Folge 37 rausgebracht haben. Wunderbarer Podcast. Leider auf Englisch. Wer allerdings der englischen Sprache mächtig ist, der kann da gerne mal reinhören. Der sollte da reinhören. Wunderbare Sache, sehr interessant. So, da das Ganze jetzt sehr lange geworden ist, verabscheue ich mich an dieser Stelle. Wünsche euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei den White Russians. Die White Russians laufen unter der Common Creative License. Deswegen sollen wir euch darauf hinweisen, dass wenn ihr gerne unsere Stücke verwenden wollt, dann bitte addet ein Label. Die Marke Shadowrun gehört TOPS, der Firma TOPS Incorporated. Das heißt, sämtliche Rechte an dem Namen und auch an sämtlichen Namen in Verbindung mit TOPS und Shadowrun gehören TOPS. Wir haben nichts damit zu tun. Die Anfangs- und Endmusik von den White Russians kommt von Kremlkrauts, genauer Ivan Ivanovich und den Kremlkrauts. Alles zu finden auf Soundcloud, auch unter der Kremlkraut.